Nehmen wir weiter auf. Sollen wir noch mal klatschen? Okay. Alles klar, dann machen wir weiter. Haben wir es geschafft? Nein, haben wir nicht. Holy. Wo soll man denn da in Deckung gehen? Du warst schon in Deckung, glaube ich. Ja, genau, das meine ich ja. Ich war ja schon hinter dem Golfkarren. Ja, der Golfkarren reicht anscheinend. Ach Gott. Ey, ich habe eine Flashbang geschmissen, Mann. Oh, so eine Diva. Aber jetzt, warte mal. So bedeutet, dass du fangst, du hattest. Oh Gott. Oh, Cindy, Cindy, aber was ist, der ist doch gelaufen. Der hat doch nicht mal gezielt, oder? Oder? Ne, der hat nicht gezielt. Aber wer hat mich denn da abgeschossen? Ich habe keiner. Weil der da hinten kann es nicht gewesen sein. Schön. Ach, da oben. Oben links. Eine Treppe ist runtergeschossen. Kommt noch einer? Ja, klar. Ich bin jetzt schön hintereinander. Hast du ihn dahinter auch getroffen? Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Alter, jetzt bitte. Ey, das ist doch echt übertrieben. Was ist denn das bitte? Och, Junge. Also, bei der Flashbang geht Makarov down. Aber wenn ich eine richtige Granate schmeiße, die nicht in seiner Nähe ist. Das war ein Schmerzensschrei. Vielleicht eine Kasdorov mitnehmen? Besser als diese Knifte hier, ne? Ja. Kasdorov, ne? Also wirklich, gibt es wirklich eine PR-Abteilung bei Kalaschnikow, die sagt, nee, wir möchten nicht in eurem Spiel sein? Hm, die Frage stellt sich eher, ob Activision Blizzard das möchte. Eine Kalaschnikow? Ja. Also, ja, warum? Also, jetzt mal ernst, ernst Interesse. Was wären die Beweggründe? Ja, es ist ja immer noch Sanktionen und so weiter. Die Russen führen immer noch einen echten Krieg. Ach so, okay. Dass da keine Geld hinfließen. Jetzt kann, okay, in dem Bezug, jetzt kann ich das natürlich verstehen. Also, aber das war ja schon vor dem Ukraine-Krieg. Das stimmt auch wiederum. Da hast du auch vollkommen recht. Aber vielleicht wollen sie generell dann halt nicht ... Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn hin? ... Gelder dorthin fließen lassen, weil zeitgleich unterstützen sie ja auch Veteranen. Also, es gibt ja halt auch solche Packs, wo sie auch Veteranen unterstützen. Dann, dann ... Also, ein Antikriegsspiel ist Call of Duty definitiv nicht. Das kannst du auch nicht behaupten. Ich glaub, du musst so Makarov zurück. Du musst auffassen, dass er nicht aufhaut. Stehen hinter ihm stehen. Okay, Kalaschnikow, fein. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit Heckler und Koch? Was ist mit den ganzen amerikanischen Gewehren? Da war doch eben in dem Raum noch gar keine Sitzung. Das ist eine gute Frage, weil ... Ich hatte mir die Frage auch schon mal selbst gestellt. Und zum Beispiel X-Defined, was von Ubisoft entwickelt wird und die ganze Rainbow Six-Reihe zum Beispiel, die haben ja alle akkurate Waffen. Auch die richtigen Waffennamen. Und da stellt sich halt die Frage, ist es halt so, ist es eine Lizenz, die man kauft, die dann für eine längere Zeit bleibt, wo man immer wieder zurückgreifen muss? Oder ist es etwas, was man auffrischen muss? Ja, also eine Lizenzfrage würde ich sagen, ja. Niemand ist unschuldig. Ah, okay. Naja, schubt ihn. Alter, ein dummes Maul. Ähm. Aber du musst auch überlegen. Es ist halt auch Marketing. Klar, Kalaschnikow möchte natürlich auch drin sein. Aber Kalaschnikow hat dann vielleicht auch einen guten Ruf oder einen schlechten Ruf. Dadurch, wenn jetzt zum Beispiel durch das Balancing die Kalaschnikow zum Beispiel nicht ganz weit oben ist. Das gleiche gilt auch für Heckler und Koch. Die wollen ja alle gute Stats haben in dem Spiel. Ja, meinst du, also das ist denen dann wichtig? Ich glaube, das könnte auch unter anderem wichtig sein. Weil, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als Ubisoft Far Cry 2 rausgebracht hat, hatten sie, ähm, die Original-Jeep-Lizenz gehabt. Von hinten? Und, äh, Jeep hat gesagt, ey, ihr dürft nur unsere Wagen einbauen, wenn die Dinge auch ein bisschen stabiler sind. Oder viel stabiler sind. Okay. Ey, auch das, auch das sehe ich ein. Aber zum Beispiel weiß ich, dass, ähm, dass hier, ähm, bei Bonn zum Beispiel, da hat Heckler und Koch, glaube ich, echt eine Menge Geld gezahlt, damit der die P9, ich glaube, die P9 war es, ja, ähm, dass er die benutzt, oh geil, beide weg, dass er die halt als Dienstwaffe benutzt. Okay. Ja, also da haben sie, da haben sie echt richtig für gelatzt, dass Bonn jetzt mit einer, äh, mit einer P9 durch die Gegend läuft. Ich meine, es war eine P9 oder P8, eins von beiden. Die P8 habe ich ja noch benutzt. Also, ey, wie gesagt, ja, aber... Es muss eine von denen, den, also Bonn hatte ja vorher, ne? Eine Walther gehabt, oder? Die Emily Walter gehabt, ähm, und irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube sogar mit Brosnan war das schon, das ist genauso wie BMW. Ja, ja, der ist ja irgendwann auf Z3 umgestiegen. Genau. Weil halt BMW richtig viel, wo muss ich hin? Hinter dir, genau, geradeaus. Weil BMW halt richtig viel Kohle glatzert. Ja. So, und, ähm, weiß ich nicht, also eigentlich, wäre es doch für, wenn jetzt, wenn jetzt ein Waffenhersteller sagt, pass auf, nicht, dass ich es jetzt befürworten möchte, oder sowas, ne? Also, darum geht's nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich hab, ich hab, es ist immer so ein Zwiespalt. Das ist ja nicht so, nee, du willst ja sowas halt nicht wirklich supporten, aber es geht halt auch darum, wenn du eine Atmosphäre zu irgendetwas aufbaust, was in einer echten Welt spielt, da möchtest du natürlich auch die Namen haben. Genau. Du holst ja auch nicht irgendwelche, also FIFA ist ja auch nicht so beliebt, weil du halt irgendwelche Fantasiespiele hast, sondern weil du halt eben, äh, die richtigen Namen da hast. Genau, und deswegen ist es ja, äh, am Anfang, also in den Anfang 2000ern so, dass pro Evo, auch wenn es das bessere Spiel war, das Problem hat, dass es keine Lizenznamen hatten, sondern so Fantasienamen drin waren. Genau. Was soll ich jetzt machen hier? Mach den Weg frei. Mach den Weg frei machen, links rum. Jetzt kommt viel. Viel? Ja, jetzt kommen viele Gegner und so. Aber, ähm, wo? Ach ja, es ist... Und ich meine, wenn eine, wenn ein Waffenhersteller jetzt, das war jetzt eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, wenn ein Waffenhersteller jetzt bereit ist zu sagen, ähm, ich gebe euch jetzt richtig viel Kohle, dann, dann, ähm, sag ich mal so, wäre es für mich als Spielehersteller vollkommen in Ordnung zu sagen, na ja, dann hast du halt hier auch gutes Sets. So. Also, das weiß ich nicht. Ich meine, das Ding ist ja, irgendjemand, irgendjemand stellt ja fest, welche Waffen besser sind und welche Waffen gut sind oder welche einfach nur Schrott sind. Ich meine, so eine, so eine, ähm, weiß nicht, so ein Taiwan-Modell oder so ein asiatisches Modell von der Kalaschnikow oder so, die siehst du ja nirgendwo. Beziehungsweise wenn, dann werden die ja so benannt, um halt die Qualität hervorzuheben, die eine Kalaschnikow hat. Mir geht es jetzt hier wirklich nicht darum, dass das Waffen sind und ich diese Waffen irgendwie verherrlicht sehen möchte, sondern einfach nur um, ja, einfach das Produkt, was hier, also im, im, im Spiel ein, ein wichtiger Bestandteil ist. Ja, ich, ich... Und, und das Spiel, das Spiel oder die, die, die Marke machen ja ständig irgendwie, also heben ja ständig den Realismus hervor. Ja, es wundert mich halt vor allem in der, jetzt mit der Call of Duty, nee, dieses Level besteht ohne Platten komplett. Oh, die haben Platten. Ja, kannst du. Ah, shit. Oh, ich wundere es vor allem bei der Call of Duty Reihe, weil die Ursprü-Spiele, also die alte Modern Warfare Reihe, die hat ja alle noch. Komplett alle. Ja, alle echte Namen gehabt und dann haben sie dann jetzt alle diese Fantasienamen seit dem Reboot von Modern Warfare. Ist halt, äh... Alter, ja. Ja, guck mal die Schilder, Alter. Schild... Schildes. Ist eine gute Frage. Wird echt gern wissen, wieso und weshalb. Also klar, die ganzen Firmen kriegen ja auch Gelder dafür, für Lizenzen. Wie ist denn eigentlich mit alten Waffen? Wo ist denn die... Ja, das auch, ne? Also... Also wenn die zum Beispiel als zweiter Weltkrieg kommt, ne? Also... Was hat er gesagt? Noch drei? Wer? Von hinten? Oh, wer weiß. Wir müssen noch gucken, wie es bei den Fahrzeugen eigentlich ist, ne? Weil... Ist es ein Abrams-Panzer, den wir dann haben als Amerikaner oder ist es dann, äh... Ist es ein... Lincoln-Panzer? Ja. Ach stimmt, hier sind wieder Platten. Vorhin gab es keine Platten. Oh Gott. Wo sind Platten? Ne, du hast recht, es ist hier grad wieder Platten. Ich seh grad. Also ne? Weil ich hatte ja... Ich sollte ja irgendwie... Deine Platte ist auch angeschossen. Ich seh's quasi, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich... Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. Shit. Ja, Übersicht verloren. Ja, voll. Ne, schreibt gerne in die Kommentare, wie das funktioniert mittlerweile. Ja, also ich hab... Wenn das würde mich interessieren. Ich hab einfach keine Ahnung, ne? Also ich will jetzt hier bloß nicht irgendwie mit Halbwissen glänzen oder sowas. Ich will einfach nur... Mich interessiert das auch. Was? Ach Mann, ey. Oh mein Gott, äh... Flagops Cold War hatten die auch schon keine richtigen Waffen mehr gehabt. Und auch da, ne? Ich mein, das ist ja noch... Das ist ja... Oh. Guck, da ein Zäpfchen. Geil. Hier muss doch irgendwo... Hier müssen wir irgendwo Platten oder eben, oder? Ja, ich glaub, du bist durch. Das ist geschafft. Guck mal, Shepard. Kennen wir doch. Moment. War da nicht schon erwiesen, dass der ein Arsch ist? Ne, aber nicht vor vier Jahren. Ach, okay. Stimmt, wir sind ja in der Rückblende. Ist ja fast wie ein Bollywood-Film. Da vergisst du dann auch über die Länge hinweg, dass du eigentlich nur in der Rückblende bist. Das ist so geil, bei Bahubali 2. Bei was? Bei Bahubali 2. Das war so der Anfang, wo es nur... Also, zumindest auch für den Rest der Welt mit Bollywood. Also, Bollywood war ja schon immer groß, aber das sind ja Filme aus... Tamil, beziehungsweise aus... Also, das ist Tollywood. Weil die in Tamil sind. Also, die Sprache ist Tamil. Und wo kommen die her? Telugu. Telugu, genau. Jetzt hab ich sie halt durcheinandergebracht. Eins von beiden ist die Sparte, auf jeden Fall. Okay. Weißt du, spätestens da hätte man ihn schon umbringen können. Aber das ist doch jetzt wieder so... Ja. Das ist so ein bisschen wie der typische Bösewicht-Plan, sich inhaftieren zu lassen, um dann irgendwie so eine richtige Scheiße zu veranstalten. Ja, und am besten packen wir ihn in so ein Plexiglas-Gefängnis. Ja, genau. Ich find, der sieht aus wie Chris. Stimmt. Versprochen. So etwas kleinere Version von Chris. Ich hätte dich nicht aufhören sollen. Damals war es richtig, Käpt'n. Ja, damals. Sichere Übertragung. Pentagon-ID. Wir haben keine Fragen an dich. Nein, Nick. Setz dich. Kate. Reden wir. Ich habe nach ihnen gesucht. John. John. Die Familie Balsamen. Umso besser. Was waren Sie? Vladimir Makarov. Genau wie Sie. Fahren Sie fort, General. Neuigkeiten zu Makarovs Bankgeschäft. Geht uns am Arsch vorbei. So, wer das Geld findet, findet auch ihn. Wo sind die Infos her? Ohne an mir ist das nichts. Wieder falsch, Jungs. Unfucking fassbar. So. Graves. Geht dir gefehlt? Mhm. Was mich angeht, ich habe mir verpasst. Ja, ein bisschen vernarbt, da. Ne, der sieht komplett anders aus. Ja? Oder? Naja, da sah es wieder noch ein bisschen mehr aus wie früher. Ich finde, der hat mich immer so an Garrett Headlund, äh, an so einen der männlichen Hauptdarsteller aus der zweiten Reihe, die du dann holst, wenn die anderen zu teuer sind. Wann wurde er mitgespielt? Ich glaube, bei Pan. Keil. Ich habe Namen und Ort. Ich schicke niemanden auf eine Mission. Das ist keine Mission, das sind Infos. Er ist ein verdammter Lügner, Kate. Bei der CIA, John, erkennen wir Lügen. Und du auch. So schön, dass Graves am Leben ist, wurde in einem Multiplayer irgendwann gesagt, ja, in irgendeiner Season, wo dann neue Charaktere revealed wurden, wurde dann auch Graves revealed. Und dann so, ja, ich bin noch am Leben, ich bin rechtzeitig aus dem Panzer ausgestiegen. Okay, wenn es so funktioniert. Na klar doch. Ist ja fast wie im Hall. Ihr seht euch vor. Klar. Boah, Ghost zieht die Maske ab. Es ist peinlich. Die kennen dich doch alle. Von Shepard. Wie viel davon kam von Graves? Die sind Komplizen, Jungs. Kriminelle. Zurzeit sind sie unsere Partner. Hab ihre Infos geprüft. Sind gut. Über Makarovs Geldgeberin. Eine Oligarche namens Milena Romanova hat für Makarov jahrelang hinter den Kulissen agiert. Wo ist sie? Eine Privatinsel. Isoliert und abgelegen. Eine Festung im Paradies. Ratet, wer für die Sicherheit sorgt. Die Infos enthalten Baupläne und Bilder von der Oberfläche. Wonach genau suchen wir? Können wir Milena einfach schnappen? Nicht legal. Aber wir können an ihr Geld. Auf der Insel sind Server mit Zugriff auf ihre Bankkonten. Wir müssen die Sicherheitsprotokolle umgehen. Jemand dort hat einen Funkschlüssel. Findet ihn. Damit kann ich mich einhacken. Wir gehen übers Wasser rein und teilen uns auf. Ich hol mir den Funkschlüssel. Ghost sichert den hinteren Bereich. Und die Aufklärung? Ich werde Padrone aus der Luft koordinieren. Mir gefällt, was ich höre. Dann folgen wir dem Geld. Raffee, Anschlag, Johnny. Ein Schirm zieht auf. Wie seht's aus, Jungs? Beim Ziel, Roger. Trennen uns gleich. Ich überwache die Lage von oben. An die Arbeit, Bravo. Es geht los. Verstanden. Das Primärziel ist der Funkschlüssel. Melenas Sicherheitsoffizier hat ihn erst unsere Zielperson. Soap, er wird auf deiner Seite der Insel sein. Sein Pechtag. Ich finde ihn. Oh, offene Kampfmission. Ich hasse, dass wir sie eingeführt haben. Was? Dieses offene Kampfmission-Ding. Was heißt das jetzt? Ja, das ist halt so wie eine Mission. Das wird eine Weile dauern, bis du wieder einen Speicherpunkt hast. Und das startest am Anfang schon mit einer Panzerplatte. So ein bisschen wie das Mini-Open-World-Ding, was sie versuchen zu promoten. Aber ich denke mir halt immer wieder, Call of Duty ist genau die Reihe, wo ich mir nicht Open-World gewünscht habe. Beziehungsweise, ich will halt einfach einen geilen Schlauch haben, in dem ich entlanglaufe. Ja. Und dann rumballern. Es gibt viele andere Franchises, wo ich sage, okay, Open-World oder beziehungsweise diese offene Kampfreigabe, die passt. Aber nicht hier. Vor allem, was würde ich jetzt machen? Das ist echt schon... Na ja, schon gut, was war's. Hast du beim neuen Game-Two-Beitrag wieder Kuchen essen dürfen? Nee, nee. Mach ihn alle, mach ihn alle. Oh man, ich bin dumm. Diesmal kein Kuchen. Also beziehungsweise... Aber war's ne Beerdigung. Nee, es war keine Beerdigung. Es war ne... Es war ne... Satanische Messe. Beziehungsweise eine Totenbeschwörung. Und ja, Kuchen, nee, es sollte eigentlich Brownies geben. John, der alte Penner, hat halt keine... Brownies... Rausgerückt. Was ist denn jetzt? Ich bin bei sowas wie Hütten. Wie würdest du sie nennen, Watcher? Ich glaube, das sind Cabanas 7-1. Hab die Wachen am hinteren Perimeter ausgeschaltet. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Niemand darf rein- oder rausgaufend. Verlass dich drauf. Ich muss zu den Fragezeichen, ne? Mhm. Und wie ich da hinkomme, ist scheißegal. Mhm. Okay. Das sind die offenen Kampfmissions. Und du kannst eine Platte wieder einlegen. Und da sind wir, glaube ich, Platten vor ihm. Gehen zwei Schritte zurück. Oder? Nee, Munition, oder? Okay. Ah, ich dachte, lang Platten. Aber man kennt sie ja, ähm... Ne, so eine Insel. Gehe hinein. Die Hütten. Es fliegt alles. Hast schon genug. Hast schon genug. Ähm, so. Jetzt ist Shepard wieder am Start. Und wir sind jetzt quasi... Naja, ihr macht gemeinsame Sache. Genau, wir sind jetzt Verbündete, äh... Widerwillen. Genau, und... Ah, das ist ein Self-Revive-Kit. Gute Arbeit, Ghost. Ja, genau. Und ihr sucht jetzt gerade die Geldgeberin vom Makarov. Ja, ja, also das... Das habe ich verstanden. Ich frage mich... Wo will der mich sehen? Also... Da unten irgendwo. Hä? Hä? Ja, Bullshit. Komm, weiter. Okay. Ähm... Ich frage mich nur, A. Warum ist der noch genderlos? Also... Es ist doch... Ich glaube, der Scheiß wurde nicht aufgedeckt, was er verbrochen hat. Nein. Denn es... Die haben sich ja gegenseitig vor Gericht, äh... Haben doch falsche Aussagen gegeben. Vor Gericht? Das war auch am Ende von Modern Warfare... Oder? Ne, weiß ich gerade gar nicht. Du bist aufgeflogen. Ne, haben die gar nicht, ne? Falscher Film. Hinter dir. Oh, Schippplättchen. Scheiße, 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 scheiße. Keine Aktivität. Verstand. Bleib an deiner Position und dich beruhig. Alle Stationen. Achtung von Conni-Heli im Einsatzgebiet geortet. Auf der ganzen Insel herrscht höchste Alarmstufe. Du bist in der Nähe. Roger. Alarm! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die kommen halt von überall. Ja, ich war jetzt gerade eben noch gedanklich mit Shepard beschäftigt. Also Shepard hat es geschafft, sich aus der ganzen Aktion rauszuwinden, ja? Also ich meine, ey, das Ding ist halt Call-of-Duty-Geschichten. Die hast du einmal gespielt und dann hast du sie auch direkt wieder vergessen. Du hast ja eigentlich schon im Spiel nicht richtig kapiert und hast auch gar keine große Lust, sich das alles ... Also, ey, ich bewundere jeden, der das wirklich zusammenkriegen kann. Ich kann das alles überhaupt nicht mehr mit. Ich bin froh, dass ich halt so Leute wie Makarov oder sonst irgendwie, oder Shepard und Soap und keine Ahnung. So wiedererkennen kannst und so, ne? Ja. Beziehungsweise verstehe, dass ... Tauch doch jetzt mal auf, du Idiot. Ah, guck mal, da ist ja auch noch einer. Ja. Ach, schön. Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, Call-of-Duty ist halt ... Ich spiel das auch einmal im Jahr. Jetzt, äh, seitdem wir hier diese Reihe machen, auch zweimal im Jahr mit dir dann gemeinsam. Und, äh, ich tue mich da auch ziemlich schwer mittlerweile. Also, storytechnisch ist dann mal so ... Hier rein, da raus. Genau, genau, genau. Also, weißt du, hier dieses ... Kooperieren, Paktieren, bla bla bla. Ah, I don't care, ne? Es ist mir jetzt, also ... Wirklich, das ist mir zu anstrengend, dem zu folgen. Suche den Strand ab. Nach der Auskundschaftung der Insel ließ Shadow Vorräte zurück. Halte Auskundschaft. Also, es ist ... Verstanden. Können Sie sich sachlicherweisen. Aber jetzt trotzdem mit Shepard ... Der, also ... Der hat schon missgebaut. Ich hab nachgeforscht. Die Zielperson heißt ... Und er ist halt immer noch General. Und er zieht halt immer noch seine, seine Uniform an. Also, auch ... Das find ich merkwürdig. Ja, guck mal, da waren die. Hab ich's auch recht gehabt. Mit größter Freude. Hab die Wachen am hinteren Perimeter ausgeschaltet. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Stell dir vor, die machen irgendwann wieder Infinite Warfare, ja? Und dann muss erklärt werden, warum Kit Haringen wieder am Leben ist. Ja, weil ... John Snow, ne? Schnell, bei John Snow, okay. Die Erklärung nehme ich. Ich hoffe, die packen nur nicht Kevin Spacey wieder aus. Besser als drei. Nee, den werden wir nicht mehr aufpassen, glaub ich. Begebe mich nach draußen. Was sind die denn? Da. Das sind zwei. Wechsel doch zur MP. Aber hat die Schall den mehr? Ja. Ah. Welche Promis hast du denn sonst noch gehabt bei Call of Duty? Jetzt sind neun, eher so Multiplayer-Skins, natürlich immer sehr viele Promis. Ja, Nicky Minash. Ich will unbedingt eine Nicky Minash-Story-Bang haben. Ja, ich will auch unbedingt Nicky Minash spielen. Ich freue mich auch so, wer von denen hat sich gedacht, ja, ey, komm. Unsere Spieler, die wollen Nicky Minash haben. Links, 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 links. Oh, oh, oh. Kann ich jetzt hier nicht über die Hecke steigen, oder? Ich bin bei einem Sicherheitsgebäude. Ich gehe. Vorrücken und überprüfen. Die Zielperson ist nah, Thorpe. Bestätigt. Zielperson ist beim Brunnen, Thorpe. Im Ordnung. Da sind drei. Ach, danke. Sie sehen dich, Thorpe. Gustav ist jetzt in einem Gebäude. Okay. Ich habe mir Waffen mit größeren Wumms, oder? Durchsuchen. Das ist ne Waffen mit größeren Wumms. Aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Oh, shit. Keine Platten mehr. Oh. Ja, lass was zu. Oh, shit. So, Valor. Nicht im Raum, nicht im Gebäude. Okay. Okay. Alter. Ich habe die Bunker-Türen geöffnet. Verstanden. Roger. Schnapp dir jetzt die Zielperson. Du brauchst deinen Funkschlüssel, wenn du drin bist. Bestätigt. Die Zielperson wird so. Oh, shit. Oh. Super. Ja. Jan-Tag, alle Schlachten werden zuerst gekauft, gewonnen oder verloren. Oh, ganz von vorne? Echt? Ey, nee, das ist nicht dein scheiß Ernst, ey. Oh, ich hasse diese Mission. Das kann doch nicht sein, dass... Ich verfolge den Standort unserer Zielperson. Das Signal ist schwach, aber wenn er sich bewegt, aktualisiert sich sein Standort. Okay. 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 Bleibe am Punkt. Ich bin Glück, Internator. Ja, ich bin lieber. Auf der Insel wimmelt es von Kalki. Macht Sie fertig, Johnny. Mit größter Freude. Sie sind alarmiert. Irgendwie sehr. Mach mal schmarrn. Roger, Fluchtfahrzeuge am Parameter bestätigt. Wie viele? Es gibt eine Bucht mit vier aufblasbaren Schlauchbooten. Rengfunk in der Nähe. Alles kaum waren. Wir können keine Evakuierung rassieren. Schalte sie aus. Versanden. Oh, keinen Fall. Soll man da eigentlich so Rambo-mäßig agieren oder muss man da wieder... Ich glaube, man muss eigentlich Stealthy-mäßig unterwegs sein, aber... Ey. Was ist das? Fuck it. Äh... Da waren nur die Platten, oder? Ja. Und das Medi-Kit ist im Bad. Ach, das ist ja mal. Ah, zu weit. Im Bad? Was ist das denn du da für eine Pferde? Die haben sich gerade auf dem Strand gefunden. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Niemand darf rein- oder rauskaufen. Verlass dich drauf. Hoppa. Dieses... Dieses... Taktische Halten, ne? So nennen sie es ja. Finde ich auch leider ein bisschen quatschig. Also warum? Wofür ist das? Weil eigentlich ist es eine Veränderung der Flugbahn, eine drastische Veränderung der Flugbahn, die dir eigentlich nix bringt. Mhm. Deswegen also diese ganze Gangster-Kacke. Ich meine, du schiehst... Ja, das funktioniert sowieso nicht. Aber trotzdem. Gerade bei einem Call of Duty hätte ich das nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich finde das irgendwie... Das hat so... Weiß ich nicht. Was hat das? Was soll das? Ah, guck mal hier. Boote erledigt. Knöpfe mir den Helium. Steigklemme, schon mal gut. Steigklemme gefunden. Weil das jetzt... Weil ich das jetzt gedrückt habe... Warte, ist das jetzt offen oder was? Müssen wir hier hin? Ich hab... Ne, ich weiß ich nicht. Ich schwimme jetzt einfach entlang. Ich habe jetzt einen anderen Weg gefunden. Wahrscheinlich komme ich jetzt wieder an den Strand. Ha! Hätten wir uns den ganzen Zinnobal sparen können oder was? Ja. Aber jetzt wissen wir es zumindest. Ach, guck mal hier. Ne, aber hier waren wir ja noch nicht, oder? Ne, waren wir noch nicht. Bauen wir den? Nö, oder? Ach komm, probieren wir es mal aus. Hast du jetzt die MP getauscht? Ja, genau. Ja? Okay. Mal das auf die MP mitnehmen. Alle Einheiten im Umkreis sind ausgeschaltet. Keine Aktivität. Verstanden. Bleib an deiner Position und sichere sie. Holy Shit. Alter, die heißt nicht umsonst Explosive. Also musst du jetzt nochmal auf den Knopf drücken, oder? Welchen? Na, auf den ich gegeben gedrückt habe. Was hat er denn da für ein Kasten-Magazin mit dabei? Das sieht nach einer Batterie aus, ey. Schalldämpfer wäre geil. Also du musst jetzt nochmal da hin, ne? Ja, ich muss da nochmal hin. Oh Mann, ey. Kannst du nicht einfach geradeaus runter? Ja, könnte ich. Aber hier ist auch ein Gegner. Geil, der sieht dich nicht. Boots! What? Alter. Das ist Quatsch. Dass er so wegfliegt, oder? Ja, beides. Also, dass du seinen Helm zersprengt hast. Dass er seinen Helm zersprengt habe und er nicht gestorben ist. Schon eine Frechheit. Naja, dafür ist halt ein Helm da, ne? Ja, stimmt. Also wäre ja ein bisschen blöd, wenn man die Dinge umsonst trat. Also ein paar Schuss, also so einen Schuss halten die ja auch schon mal aus. Wirklich? So wie ich verstanden habe. Ja, nicht die Plastikschüsseln, die ihr da habt. Ich rede ja von den guten alten Helmen. Also da habe ich schon Einschlusslöcher gesehen, die halt nicht durch sind. Okay. Ich weiß nicht, wie weit die entfernt waren, welchen Kaliber die geschossen haben oder sonst irgendwas. Achso, man muss tatsächlich nochmal drücken. Aber. Die Bunkertür öffnet sich. Verstanden. Oh, guck mal. Uuuuh. Uuuuh. Schön. Geil. Du hast die Kante getroffen. Ja, die Kante. Du hast mit dem Granatwerfer die Kante getroffen. Oh nein. Das ist nicht dein scheiß Ernst, ey. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Und jetzt alles nochmal von vorn. Ich habe Hunger. Aha. Das ist mein Kummer. Ohne Mampf kein Kampf. Ja. Jetzt hast du auch noch so eine geile Ausrüstung. Cool. Die Frage ist halt, nehme ich das alles mit? Naja, nimm die MP mit. Ja. Und den... Den finde ich ja nachher dann noch. Ja, okay. Aber momentan, tauschen wir mal. Warte, erst mal. Ich will es an zweiter Stelle haben, deswegen. Aber kann man nicht was anderes nehmen als Wurfmesser? Ach, jetzt hast du direkt das Scharfschützengewehr für die Jungs da, oder was? Okay. Die Darm ist eine Tonne. Ja, Mann. Jetzt ist es ein Metroidvania. Schwimm, Flipper. Schwimm. Kennen deine Kinder nach Flipper? Nee. Darf ich Flipper überhaupt noch? Nein. Nee, ne? Ist ja auch. 100 Jahre alt. Ist doch richtig so. Moment, habe ich irgendwas verpasst? War irgendwas verkehrt mit Flipper? Hat Flipper je was verkehrt gesagt? Er hat es gesagt? Nee. Okay. Also die Show war ja direkt wieder rein. Ja, okay. Ja, gut. Ja, ja, gut. So gesehen hast du vollkommen recht. Kennst du, kennst du, ähm... Mein Freund Charlie? Nicht mein Freund Charlie, sondern... Ach, wie hieß er? Blackfish. Blackfish? Blackfish. Blackfish ist eine Dokumentation über einen Orca. Ah, nee, warte mal. Es war, glaube ich, nicht Blackfish. Es war entweder... Wie hieß der? Die Bucht oder so hieß der, glaube ich. The Cove. Da wird geschildert, also da geht's um so eine Bucht in Japan, in die halt immer Tümmler und Delfine und was weiß ich getrieben werden. Ähm, die Besten werden gecatcht und werden halt an Tierparks oder SeaWorlds oder irgendwelche Vergnügungsparks, Einrichtungen oder halt Filme und Fernsehproduktionen verkauft. Und alle die, die nicht irgendwie aus dem Wasser gezogen worden sind, ähm, um sie halt irgendwo anders hin zu verschiffen, werden abgeschlachtet. Och. Und das ist ein offenes Geheimnis wohl in Japan gewesen, über lange Zeit. Also die Leute wussten das schon. Ähm, aber das wurde immer halt streng abgeriegelt. Also da, oh, Termin. Die kannst du auf die Panzertypen ballern. Ja, das machen die schon noch nicht. Bei mir. Oh Gott. Auf jeden Fall, ähm, hat der ehemalige Trainer von, des Fernsehflippers, der halt irgendwie da glaube ich auch daher stammen soll, ähm, der hat, über den gibt's ja halt eine Dokumentation, wo er das halt entdeckt oder aufdeckt. Und der erzählt aber halt am Anfang so ein bisschen, erzählen sie seinen Werdegang als Tiertrainer, wie er halt zu Flipper gekommen ist und wie er halt dann auch den Flipper, sag ich mal, trainiert und auch beherbergt hat, beziehungsweise der hat auch, der hat bei dem gewohnt oder der hat den, das war sein, sein Tier so gesehen. Ähm, der hat sich dann später, nachdem die Serie durch war, dem angenommen und der, es gibt eine wirklich herzergreifende Szene in dieser Dokumentation, wie er halt die letzten Minuten des Fernsehflippers erzählt. Ja, weil der hat halt, der ist halt nicht mehr im Rahmen der Show gestorben, sondern der ist halt irgendwann gestorben, als er bei diesem Tiertrainer gelebt hat, beziehungsweise als der Tiertrainer sich ihm angenommen hat, weil jetzt konntest du auch nicht mehr in die freie Wildbahn setzen, das Tier so. Ja, ja. Und, ähm, und der erzählt dann, der berichtet halt so von den letzten, letzten Stunden dieses Fernsehflippers und das ist echt, wirklich dieses Herz zerreißen mit dir anzuhören. Und dann erst geht er halt auf die Suche nach dieser, nach dieser Küste, nach Becove, oder, ich glaub Becove heißt das Ding. Ich find das jetzt raus. Okay. Und ey, wirklich, der und Blackfish, wirklich beide sehenswerte und aber auch bittere Dokumentationen. Sag seiner Familie, sie soll uns heute im Essen warten. Ja, bei solchen alten Sachen vergesse ich halt immer, ja gut, das Tierwohl dann auch manchmal. Die Bucht, ja, die Bucht, so heißt die Doku auch. Und der Typ heißt Rick O'Barry. Und der hat den Fernsehflipper trainiert. Ist auch schon lange, oder? Muss es 70er, 80er sein? 60er, ja. 60er sogar, oh Gott. Und, ich weiß nicht, auf Netflix gab's mal so einen Film, der hieß, oder so eine Doku, die hieß Seaspiracy. Hast du von der mal mitbekommen? Da haben sich da, also die gingen ein bisschen viral, weil da schon ein paar krasse und krude Thesen irgendwie vertreten worden sind. Oder halt auch ein paar Sachen irgendwie, so Bezüge hergestellt worden sind, die nicht unbedingt ganz der Wahrheit entsprechen oder halt eben nicht ganz so einfach dargestellt werden können, wie sie halt in dieser Doku dargestellt wurden. Und der hat halt so alles zum Thema, ja, Fischerei, Wasser und so weiter und Tierhaltung und so weiter und auch Vergnügungsparks und so, hat der halt so einmal in eine Doku zusammengefasst, um zu zeigen, wie schlecht der Mensch mit dem, ja, mit dem Wasser und mit den Fischen umgeht. Und da war diese Bucht tatsächlich auch der Beginn, also am Anfang war das Teil der Dokumentation. Aber halt nur sehr knapp und wie gesagt, die etwas ausführlichere Geschichte dazu gibt's halt in die Bucht. Und die ist halt wirklich, also das ist ein, ist ein, ist ein fieses Ding, ey. Geil, explodiert der jetzt? Guck mal. Nee. Da kommt noch einer? Vielleicht wäre es cleverer gewesen, wenn man da oben, ähm, an dieser Feldspalte, wenn man da erstmal mit dem Fernglas sich so ein paar Sachen anguckt und guckt, wo die sind. Ja, ja, find ich gut, find ich gut. Das Problem ist halt auch noch das Scharfschützengewehr, was ich jetzt mitschleppe. Ja. Hat nicht genug Schuss. Ja, dann, vielleicht tauscht du es doch aus gegen diese Steiger, wie die heißt? Ich meine, da waren auch Munitionskisten, ne? Also theoretisch können das... 40 Schuss, okay, doch, wir haben genug Schuss. 40 Kappel. Ja, also in Sea Spiracy kommt das einmal vor und halt einmal in dieser eigenen Doku die Bucht. Und deswegen, also bin ich eigentlich, äh, nach dem, was er so erzählt hat, dieser Trainer, ähm, was das für eine Belastung für die Tiere war, ähm, bin ich eigentlich, ja, nicht wirklich traurig darüber, dass diese Show nicht mehr existiert. Ja, ja, gut. Es hat natürlich einen bitteren Nachgeschmack, wenn man das so heißt, weiß. Und dieser Blackfish ist halt aber auch, dieser Blackfish ist halt auch krass. Ähm, dass der, der schildert den Werdegang eines Orcas, eines wirklich sehr, sehr mächtigen und großen Orcas, der halt als Zuchttier durch diverse Parks gewandert ist und durch diverse Stationen gewandert ist, ähm, obwohl es halt ein Sicherheitsrisiko war, dieses Tier zu transportieren. Also überhaupt so, zu, ähm, ja, einfach sich darum zu kümmern, dieses Tier halt in Gefangenschaft zu halten soll. Ja, aber ich find den Gedanken schon schrecklich, so ein großes Vieh einfach zu transportieren über mehrere Stunden und Tage. Ey, und das ist wirklich, das ist auch so herzreißend, äh, das mit anzusehen, was mit dem, was mit dem Tier passiert, weil der halt irgendwann, passiert halt wirklich genau das, was halt einfach dann vielleicht auch wirklich unvermeidlich ist. Der hat halt mehrere Menschen halt auch dann, äh, wirklich getötet oder halt auch, äh, verstümmelt so, ne, also, die sehen dich. Krass. Alter, wo haben die dich jetzt gesehen? Ja, gute Frage. Aber, ich mein jetzt mal ehrlich, du hast jetzt alle möglichst viel markiert. Baller die doch ab? Ja, jetzt mach ich die auch alle erstmal weg. Was ist denn das gehen da? Ich hab genug Schuss. Oh, jetzt kommt der Alarm. Aber da unten ist noch einer? Ich hoffe, die kommen halt nicht mit unendlich viel Nachschub. Weil, dann hätte ich ein Problem. Ach, hier oben ist ja nix. Da, auf dem Steg. Die kommen auch nochmal weg, man. Ist der weg? Nee. Lauf. Überlebenskünstler hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, wie mies. Okay, machen wir noch. Da kam die einfach von oben. Ja, gut. Fair enough. Ja, ich muss die eigentlich als erstes loswerden. Weil die sind, äh, das größte Problem. Da auf dem Steg? Äh, nee, nicht die auf dem Steg, sondern, oh, Stem-Taxi nehme ich doch mal mit. Mit, äh, Flash. Da hat man ne Smoke mit. Äh. Die mit dem Helikopter ankommen, weil die halt dick gepanzert sind. Ja, okay. Vielleicht solltest du jetzt auch den Granat werfen? Ja, Granatwerfer sind halt, die sind zu sehr verteilt. Also, wären die alle an einem Ort, würde ich sagen, ja, gut. Ja, gut, halt. Feuer frei. Aber jetzt sind die halt, also, vereint sind gestreut. Und, äh, ich glaube, ich habe nur zwölf Schuss mit. Das reicht nicht. Ich glaube, ich mache mal jetzt hier in Ruhe. Durchsuche die Helikopter. Das ist auch entspannter hier. Ja, das ist jetzt hier wieder die kurze Strecke. Äh, die, die, die Kriegstrecke. Ja. Hätten wir den eigentlich gehabt, wenn wir direkt dahin gefahren wären? Nee, nee, nee. Okay. Dann legen wir los. Ich habe nachgeforscht. Die Zielperson heißt Nestor Gustev. Sag seiner Familie, sie soll nicht mit dem Essen warten. Watcher, Fluchtfahrzeuge am Perimeter bestätigt. Wie viele? Sehen dich nicht zu weit vor. Nachher sehen sie dich wieder. Ja, ja. Ich stelle sich nur die Frage, das Ding hat ja keinen Schalldämpfer, deswegen, mit wem fangen wir als erstes an? Sie können keine Evakuierung riskieren. Schalte sie aus. Verstanden. Keinen Kommen. Vielleicht die da hinten? Ja, die hören sich ja trotzdem von hier aus. Ja, okay. Dann mach die beiden da vorne direkt. Vielleicht kannst du die ja sogar in einer Linie erwischen. Ich will den da haben. Ich glaube, der ist... Das ist gefährlich, ja. Was ist denn mit dem hier? Das ist ein Superbaum. Ist er daneben geschossen? Den hast du doch getroffen, ey. So, jetzt kommt der Hubschrauber gleich. Jetzt ist der Lahn, bin ich an. Ausgeschaltet. Da muss eben alle Boote und Fahrzeuge. Niemand schafft in den Raum. Traumfreunde. Ich hab die Kante getroffen. Da ist der Hubschrauber, ne? Geil, ja. Da ist ein Helikopter verschwunden. Noch eine. Schmeiß mal eine Semtex. So stark ist mein Wurf am Ende. Schon wieder die dreckige Kante, ey. Boote erledigt. Knöpfe mir den Heli vor. Gute Arbeit, Gott. Oh, im Lauf erwischt. Im Lauf erwischt. Nicht schlecht. Predictive. Ja, bullet drop. Tut, tut, tut. Höher, oder was? Noch höher? Noch höher? Hä? Hatte der Schakal nicht so ein Gewehr gehabt? Ja, Hauptsache, ja. Aber das Ding musstest du mit Fernsteuerung bedienen, oder? Ach, so war das. Wo er auf Jack Black geschossen hat. Ja, genau. Was waren das? 20 Millimeter? Weiß ich gar nicht. Mein Helm ist weg. Ach, komm schon. Schluss mit dem Unsinn. Zeit zum Arbeiten. Da sag ich nicht nein. So. Ich wette, da ist noch einer. Alter, guck mal da vorne. Direkt vor mir einer. Ui, das sieht aber... Das sieht aber... Dem fehlen Texturen. Nicht geil aus. Ja, gut, den erlöse ich kurz. Töte mich. Ein alter Simpsons-Gag. Ja, das ist so schön, das ist ein Simpsons-Gag. Keine Ahnung. Ah, guck mal, das ist noch einer. Und du Stress. Alter, jetzt kommen, Alter. Komm schon. Abschluss freigeben. So, es müssen... Sauber die Haare. Alter, wie viele sind da noch... Der wird nicht mal markiert. Ah, schade. Ist nicht dein scheiß Ernst, ne? Ist lächerlich. Leg dich mal hin. Vielleicht siehst du ihn dann. Nee. Ja, aber es sieht doch jetzt gut aus, oder? Ja. Das ist... Du hast dich abgehängt, Hope. Was wissen wir über Mark und Milena? So, jetzt kannst du da hingehen, kannst die Tür öffnen und gehst direkt zum Bunke. Ja, mach ich. Nachdem du nachgeladen hast. Ah, da ist noch eine. Alter, der hat dich gesehen und guckt in die andere Richtung. Was ist denn das, bitte? Guck mal, wie viele da noch sind. Wie viele Lemminge. Hä, kommen die einfach überall... Spawnen ja aus dem Nichts neu. Ich würde sagen, ja, weil du nicht runtergehst. Den habe ich, oder? Ja, ich denke schon, ne? Ich hoffe mal... Da ist noch... Oh. Der sieht böse aus. Nö. Zehn Schuss habe ich noch, komm. Da hinten ist ja nochmal das Gewehr, das liegt ja noch in der Kiste, ne? Ja, genau, deswegen... Also, wenn du das dann nimmst, kriegst du auch nochmal Munition, oder? Verstanden. Da, Munition. Guck mal, da habe ich nochmal Munition. Ach, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Also, was ist das denn, Mann? Ja, bei einigen weiß ich halt nicht, äh, Bullet Drop, wie weit, und so. Das ist doch ein Witz. Also. So. Das haben wir mal aufgehauen. Lass uns das jetzt hier mal... Ja, das mal weiter weimachen. Echt, das ist... Wir müssen vorankommen. Wir haben dich erstmal verloren. Das war ein Witz. Wo? Das war schon wieder gelb. Das war schon wieder gelb. So ein Helm weggeschossen. Krieg die Krise, ey. Krieg die Krise bei den Gehen. Das ist wie ein Multiplayer. Eine, eine, eine Willkür. Ey, komm schon. Jetzt. Hier vorne war noch einer. Oh, sein Helm erwischt. Aber ist er tot. Jetzt ist er tot. So, komm. Geh da rein, drück den Knopf und hau wieder ab. Ja. Da sind ja auch noch Platten da hinten. Da. Da war auch die Pumpe da. Lass mal eins durchladen. Schnapp dir jetzt die Zielperson. Du brauchst deinen Funkschlüssel. Oh, ja. Stetigt. Eure Zielperson für Zugang. Wir wissen, dass du das nicht meinst. Ey, die Kanten sind's heute, Alter. Die Kanten sind's heute. Kanten und Geländer. Größte Hindernisse eines Soldaten. Und Scharfschützengewehr. Oder Sturmgewehr. Weißt du, wo du hin musst? Ach, da hinten. Guck mal da. Ja, ja, ja. Da ist die Villa, deswegen. Aber da, aber du musst doch erst mal. Da ist doch das Navi-Zeichen da. Das ist doch in die andere Richtung, oder? Panzerbrechende Geschosse. Ja, das ist schon mal ganz... Boah, kann man machen, ne? Vor allem jetzt kommt ihr da mit, weißt du? Nee, 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 nee. Nee? Ich glaube, du bist mit Panzerbrechen und dem Scharfschützengewehr. Ja, ich, 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 ich. Das Gefühl, es kommen gleich mehrere Gegner, deswegen. Ich nimm's trotzdem an mit. Ich bin ein bisschen langsamer, aber hey. Aber du musst doch zu dem anderen Symbol da nicht, oder? Genau, da, guck mal. Da musst du doch hin. Ja. Wo das, das, das Navi-Zeichen da ist. Zielperson ausgeschaltet. Ja, hast recht. Sachte, sachte, Soap. Schnapp dir deinen Funkschlüssel und geh. Oh, da gibt's vielleicht noch ein paar Westen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Self-Revive-Kette schon mal gehört. Noch eine extra dickere Weste wäre nicht schlecht, wenn ich. Verstanden, ich seh dich. An alle. Bin im Bunker. Bestätigt. Greif auf Terminals zu, Soap. Okay. Okay. Kontrollpunkte, schon mal gut. Geil, geil. Gute Arbeit, Soap. Ich sehe mehrere Konten, Banken, Bankleitzahlen. Ein Anfang ist aber alles biometrisch gesichert. Kriegt sie irgendwie nach Essen? Ja, hab ich auch so das Gefühl. Boah, ich hab Puken. Wir brauchen Gesicht auf Fingerabdrücke. Ich hab Puken. Anton! Wir holen Melena lebend. Conny wird Melena bis in den Tod beschützen. Also bis in den Tod. Los geht's, Lieutenant. Was ist denn hier? Wolltest du nur mal testen, ob es geht? Hast du noch Obst oder so? Ja, hast du Obst oder so eine Reiswaffel, wäre auch geil. Guck mal. Geil. Danke, Anton. Hinter mir? Fuck, hinter mir. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir den ganzen Schüssel jetzt mit... Ist das Panzerplatten? Ja. Ey, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Du hast gesehen. Aber es passiert nichts. Ja, gut. Ich glaube, was ich... Also ich meine, allein die Tatsache, dass du, sag ich mal, im Stehen mit einem Mg schießt... Habe ich auch nicht gemacht. Du triffst nichts. Wer hat dich festgehalten? Oder beziehungsweise wie... Ja, genau. Wie sehr war der... Ey, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das war bei der Rekrutenbesichtigung. Und war das ein Mg3? Mg3. Deswegen ist es einfach mal ein bisschen größer. Das ist... Weil ich habe das mal gesehen, wie halt so wirklich so ein Stufts... Nee. So ein Spieß. Genau. So ein Spieß. Ja. Wirklich so ein Baum von Kerl. Wie der halt im Stehen mal ein Mg3 geschossen hat. Und der hatte dann... Oh, geil! Anton ist der Beste. Danke, Anton. Elf an Eintorn. Ja, genau. Elf an Anton. Oder für Anton. Ähm... Und der hatte zwei... Jungs neben sich stehen, die den halt erstmal festgehalten haben. So, ne? Damit der halt wirklich in irgendeine Richtung schießen kann. Gezielt. Ha, ha, ha! Ja, bei mir war es halt nicht gezielt. Bei uns war es beim... Während der Rekrutenbesichtigung Feuerüberfall. Und dann sollten wir halt einfach in irgendeine Richtung schießen. Eigentlich hätte ich mich hinlegen müssen, um zu schießen. Aber ich dachte, fuck it, schieß einfach um Stehen. Und da hat keiner was gesagt? Nö. Unser Unteroffizier fand das sogar recht cool. Aber mit Platz-Moon. Ja, mit der blauen Moon. Aber trotzdem, die muss ja genauso funktionieren wie die echte Munition. Klar, es ist ein bisschen leichter gewesen, weil dann die echte Munition nicht zu tragen musste. Aber das Ding hat schon einen krassen Rückstoß. Also MG3 ist echt nicht zu spaßen. Und wundert mich bis heute, dass sie noch benutzt wird. Hm. Das sind keine Granaten. Genau, so ist richtig. Oh, so eine Reisewaffe. Das war gut. Aber du lebst noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, fuck. Kein Rückzug. Keine Aufgeben. Wie komme ich hier wieder hoch? Vor allem, wo bist du? Ich bin wieder bei... Ah, gut. Oh. Platten. Oh. Sieht aus wie ein Marschflugkörper. Ja, aber ich weiß nicht. Wollen wir den nicht lieber aufheben, bis es mal wirklich brenzlig ist? Ja, das ist gerade brenzlig. Ja, okay. Ja, dann balle aber auch auf diese Autos da alles drauf. Hm. Nee. Obwohl, die kannst du erst mal nehmen und dann auslösen. Ja. Fuck. 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 Was machst du denn jetzt? Das war die Panik. Das war die Panik. Ich wollte es eigentlich austauschen schnell. Und da stand dann eine direkt vor mir. Aber, Moment. Was hast du denn jetzt als Zweifel? Die Shotgun. Wie, mit der Feuermunition? Kannst du ein bisschen John Wick 4 machen. Oh, hey. Drachenatem. Das war eine schöne Szene. Die Topdown-Perspektive. Ja, die war super. Hätte ich nicht erwartet. Wurde dann natürlich wieder lächerlich, als dann die Treppenszene kam. Wieso? Weil der drunter gefallen ist. Ja. Ich fand viel schlimmer, als er, also, der fällt ja nach dieser Dragon Breath Sequenz, fällt er ja wirklich aus dem Haus raus auf ein Auto. Mhm. Das fand ich dann ein bisschen, das fand ich lächerlich, weil, also. Guck, wir haben zwei Platten da schon mal gut. Was ist er? Gummimann oder was? Also. So. Jetzt hol doch nochmal, geh doch mal da runter. Ich hab doch schon die Platte. Nee, die Platte nicht. Du willst einen Marschflugkörper haben? Ja. Weil stell dir vor, du machst den Marschflugkörper da auf diese ganzen Autos. Da geht dir ja ordentlich was. Du weißt nicht, dann scheiß Ernst hier. Was machst du da? Ich zermal hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermalst Bohnen? Sag mal, bist du doch nicht völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha. Danke. Ich weiß gerade nicht, was besser ist. Ja, nimm die, nimm die Dings. Genau. Ja. So. Oh Gott. Ich hab die voll in die Eier bekommen. Sind auch alle Gegner wieder gespawnt, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, hinter der Munitionskiste kann man sich gut verstehen. Ha. Nee. Sehr gut. Oh. Zu dicht. Okay. Ja, es aber, oder? Was ist das Piepen? Sagt da einer gerade, fuck, oder? Warum? Guck mal, das ist ja neu. Okay. Aber jetzt, schnapp dir doch mal den Marsch. Oder willst du die Bombendrohne nehmen? Nee, nee. Ich wollte den Marschflugkörper. Ich muss nur... War jetzt ein bisschen tricky, wo der war. Na, da bei der Brücke runter. Und du kannst direkt bei Platten einsammeln. Hab einen Marschflugkörper. Guter Fund. Guter Fund. Und wenn ihr den jetzt schon benutzt, anstatt irgendwie jetzt, keine Ahnung, nicht wieder ins Gefecht zu stürzen und dann ein bisschen so... Ich will ja nicht kämpfen. Die schießen ja auf mich. Ja, aber du könntest ja jetzt schon... Okay. Wo genau ist das denn jetzt? Wo bist du? Wo bin ich? Okay. Das ist dort, wo die Aufklärungsdrohne ist. Hier sind die Fahrzeuge. Genau. Da. Okay. Let's roll. Guck mal, so eine richtig geile Konzentration. Wo? Da vorne ist es. Keine Ahnung. Von oben sieht es einfach ganz anders aus. Schade. Hätte ja klappen können. Aber dann ballerst du halt mit dem Ding genau. Der ist noch nicht down. Jetzt ist er down. Von hinten, du kleine, miese Bazille, ey. Aber willst du jetzt nicht vielleicht auch mit der Bombendrohne da hinfliegen? Falscher Knopf. Da sind glaube ich noch Panzerplatten da unten, oder? Falls du noch welche brauchst. Ja. Also, den hätte seine Mama auch nicht mehr wiedererkannt. Schön die Semtex ins Gesicht geklebt. Man kennt das. Nice. Okay, was geht's? Flieg. Guck mal da. Hier, direkt zu dem. Oder? Ist das ein... Nee, dem brauchst du nicht. Vielleicht auf so ein Auto oder so? Ist der, ist der dick gepanzert? Das ist eine Aufklärungsdrohne, ne? Die explodiert nicht. Ach, das ist eine Aufklärungsdrohne. Okay. Aber, ja gut, dann markier die doch einfach und dann haben wir schon mal... Ist es schon mal ein bisschen leichter. Und wird der nicht markiert? Kannst du den nicht so eben... War da selbst für die Drohne zu dunkel? Oh, hier ist doch Scharfschützengewehr, ne? Da ist eine Platte. Da ist eine Platte. War das ein guter Treff? Ja. Ja. Soll ich so... Scheiße! Oh! Jetzt kommt das Haus mit dem Bombenthron. Kommen die jetzt die ganze Zeit? Ja. Ja? Ja. Und du musst jetzt da rein, ne? Ja. In your ass... In your ass... Du lieb, du lieb, du lieb, du bist tot, tot, tot. Jetzt geht's gut, Chef. Gustav, du bist auf unbestimmte Zeit. Ach, Gott. Achtung. Ach, boah. Ei, 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 ei. Gut, das können wir sonst nutzen. Pass auf die Drohnen auf, 7-1. Ach, scheiße. Nein! Ah, pfade. Schade. Ja, mach du mal weiter. Ja? Ja. Ja. Du kannst ja dein Loadout ja anpassen, wie du es gerne hättest. Ich stelle gleich um. Hm. Was ist denn jetzt hier sinnvoll? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, sobald du im Haus bist, ist die Shotgun ziemlich gut. Aber du musst erst mal zum Haus kommen. Vorher raus, äh... Also, vor dem Haus brauchst du erst mal viel Bums, weil da ja die ganzen Gepanzerten da wieder sind. Aber im Haus findest du ja die Shotgun. Also, da sind ja einige mit Shotgun, deswegen. Sollte das kein Problem sein. Uh. Was muss ich jetzt erst mal machen? Ah, nichts mehr. Du musst jetzt einfach nur noch über die Brücke und die Leute abknallen. Sorry, dass ich jetzt ja einen abknusper. Nö, nö. Gut, gut, gut. Knusper. Du kannst natürlich einen Marschflugkörper suchen, wie ich von. Schrecklich, die ganzen Drohnen. Oh, äh, äh, sind sehr viele Gegner. Das glaube ich nicht mehr so leise unterwegs, ne? Ach, ich bin ein Dulli. Ich wollte die ja gar nicht. Ey, ach Mann. Ja, du musst eigentlich von der Brücke aus runterspringen. Das ist einfacher, da begegnest du. Ja, ja, ja. Aber die, naja, die standen schon an dem Platz, wo ich, ähm, wo ich den Marschflugkörper finde. Hm, schon, aber... Nö, das ist ein Schalldämpfer, Junge. Hier sind die noch nicht. Erst eine drunter. Und ganz merkwürdig einfach so ein... Oh, what? Schreck. Mach mal die Kiste da auf. Und da ist... Schallgedämpfer. Und du hast links noch eine Weste. Und da sind noch Clusterminen. Schön. Ja. Das macht es ein bisschen erträglicher. Ich habe eine Clustermine gefunden. Hoher Schaden, große Radius. Ein Prachtexemplar. Ich stelle dir nur die Frage, wo du jetzt hinpackst, die Clustermine, ne? Sie wissen, dass du da bist. Oh, wo griechst du? Statt, ich bin hier. Statt, ich bin hier. Statt, wir müssen die Nubel jetzt. Wo geht's? Statt, ich bin hier. Statt, ich bin hier. Ja, liegt knapp, nein. Ey, wie darum braucht ihr denn zum Nachladen, Alter? Äh, das ist cool. Und da runterspringen. Da musst du runterspringen. Da war dann der Marschbocker. Ja, aber ich war eigentlich... Ich hab eigentlich gedacht, ich bin jetzt eh schon down. Also, ich hab jetzt nämlich noch mal gewöhnt. Ja, aber das Gute ist, wir haben jetzt eine Dreierweste. Wir starten jetzt mit einer Dreierweste. Ja? Ja. Die Weste bleibt ja. Geil. Aber ich glaub, nur eine Platte drin. Muss man gleich checken. Ja, ist nur eine Platte drin. Na, du hast jetzt grad drei. Ja. Schnapp sie dir. Okay, das macht's ein bisschen einfacher. Ja, damit ist es auch nicht gemacht. Hab eine Clustermine gefunden. Du kannst ja die Brücke, auf der du nachher bist, dann vermienen, damit niemand von hinten kommt, während du dann mit dem Marschblutkörper dann angreifst. Ja, das war eine Option. Ja, ich bin jetzt nur eine Option. Ja, nimm ihn mit. Ja, nimm ihn mit. Ah! Sie ist laut. Aber ich will die gar nicht haben. Wo ist denn der? Du musst auch rechts runter. Und links. Da. Aber wenn ich den jetzt nehme. Dann hast du die Clustermine nicht mehr. Deswegen meinte ich auch. Wir nehmen die Clustermine mit. Vermieten damit die Brücke. Wo? Wie? Was? Links? Ja. Irgendwo da. Ja. Schön. Puh. Alter. Müsste oben drauf liegen auf der Kiste. Ja. 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 Die sind noch nicht interessant für dich. Aber die davor. Auf dem Parkplatz. Direkt vor dir. Hier. Da sind ja einige. Gepanzerte. Die kommen auch mit dem Fahrzeug glaube ich jetzt an. Oh mein. Ah! Dann bin ich auch mit diesem Wind. Ach den. Mach den Marsch. Schlugkörper. Wo bin ich? Ja. Da bin ich. Oder? Ja. Ja, genau, genau. Ja, da kriegst du zwei. Schöne Snack. Die UAV liegt rechts von dir. Wo? Hier auf der Piss. Oh shit. Mach erstmal den. Schön. Kannst du Klacken anlegen. Klacken und UAV. Die Drohne ist nutzbar. Es gibt kein Verstecken. Pass auf, jetzt kommen die Drohnen, jetzt kommen die Drohnen. Conny will dir die Hölle heiß machen. Wir haben Drohnen aktiviert. Hol sie runter Johnny. Danke für das Update. Schöne. 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 Wenn du vorne gleich links reingehst. Nee, nicht hier. Schöne hinter dir. Da ist es beim Badezimmer. Ich glaube da kannst du kurz... Gustav ist auf unbestimmte Zeit verhindern. Hier links ist ein Badezimmer. Achtung, Milena ist besorgt. Sie liebt das Geld. Gut. Das können die für uns nutzen. Da kommen die Drohnen hoffentlich nicht rein. Ja, jetzt kommt es zum Shooter. Du siehst ja wieviel Gegner da sind. Da auf der Treppe links eben. Bin nur oben rüber. Gegenüber. Da war einer grad. Ist grad den runter gegangen. Links im Fitnessstudio ist einer. Nee, ist keiner. Dann sind die direkt über dir zwei. Haupthaus. Gehe rein. Verstanden. Vorsichtig. Ich werde Sichtkontakt verlieren. Okay. Wo ist Romanova? Verschant in ihrem Büro. Zweiter Stock hinter einer Sicherheitstür. Wie kommen wir da rein? Ghost, wenn du den Strom für Sicherheit beschrieben hast, kann ich die Tür von hier aus öffnen. Geht klar. Ohne Strom sollten sich auch die Drohnen erledigt haben. Selbst wenn wir Romanova kriegen, können wir das Corny nicht stoppen. Sie geben erst auf, wenn sie tot sind. Das ist auch wieder stopp. Du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Meine Spezialität. In der Orangen... Oh shit. Scheiße. Eine orangen Kiste ist glaube ich ein gutes Sturmgewehr mit einem Schalldämpfer. Ghost, was gibt's Neues zum Strom? Lichterrungen lokalisiert. Bleib am Ball, Johnny. Lad nach. Mit dem Sicherheitssystem werden auch die Drohnen abgeschaltet, oder? Theoretisch ja. Was? Ne, das ist auch nur. Gut sie, oder? Na gut. Pass auf die Drohnen auf 7-1. Lebt noch Platten ein. Lieutenant, Lagebericht. Fast fertig. Schön dranbleiben. Ja. Wo muss ich denn hin? Hoch. Hoch, hoch, hoch. Der andere in der Seite ist einer. Da hab ich ja gesehen. Ja. Das ist neben dem Bett, ist ne Kiste. Ah. Ne. Oh ich hasse die Leute Multiplay mit Akimbo ey. Ja ich mach's gerade weil ich halt so ne Herausforderung schaffen will, aber ich find's auch total quatschig. Ja. Also im John Woo Film ist das geil. Ja ja klar, absolut. Sag ich nie was. Aber in Spielen. Beziehungsweise im richtigen Leben. Naja. Muss ich noch höher? Naja links. Also da vorne, vorne bei der Statue vorbei. So. Boah geh nicht raus man. Da sind Drohnen. Kannste ja reichts rein mal gucken was da ist. Boah. Joah. Ah. Interessant aber naja. Brauchen wir nicht. Hm. Wollte die Drohne grad rein. Platten. Platten. Nimm die Platten noch mit. Scheiße. Alter ey ist nicht dein scheiß Ernst. Ey. 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 So. Ey. Ey. Ey so. Ey. Wir haben eine Art Fahrplan, das stimmt. Die haben ja gar nicht groß gebraucht jetzt, ne? Also die kamen ja jetzt nicht so wirklich zum Einsatz, oder? Ne. Trotzdem gut wegen der Weste. Sieht aus wie ein Marschflugkörper. Gutes Auge, Watcher. Ach ja, es gibt Schöneres als einen Nachmittag. Volle Gewalt von Blut. Früher Sonntagnachmittag, ProSieben. Und Frust. Ne, das war... Die Zeit war für... Da, hier, guck mal, da sind richtig viele. Da, 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 links, 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 genau da, da, da. Uh. Es müssten zwei sein, ne? Ich würde sagen, es sind zwei. Deine Position ist gefährdet, 7-1. Kannst du dich nicht einfach jetzt schon da abschießen? Ey, ich habe keinen Bock, mich mit den Drohnen anzulegen. Aber schieß die doch mal ab. Ich warte mal, bis sie verschwinden. Okay, gut, hast recht. Du bist in Sicherheit. Ich sehe. Gefahr gebannt, Gefahr gebannt. Danke, Schreck. Die Drohne ist nutzbar. Es gibt kein Verstecken. Ich will Drohnen auf dich zukommen, Zuck. Conny erhöht den Druck. Bestätigt. Conny erhöht den Druck. So, Romanova telefoniert von ihrem Büroamt. Ich habe das Signal abgefangen. Wir sollten mithören. Moment. Wir sind gleich auf dem Terminalzug. Findet Gustav. Sofort. Gustav ist... ...und wir sollte Zeit verhindern. Achtung, Milena ist besorgt. Sie lebt das Geld. Gut. Was können wir sonst nutzen? Boah, ist die Platten, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. 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 Feldausrüstung. Aber ich finde die Munition, die ist, äh... Ja, die Panzermunition haben wir aber nicht gebraucht, ne? Ich habe da eben gerade unnötig nachgeladen. Ich dachte vorhin erst mal, es wären Platten, die ich habe, aber ne, es war ja... Aber wieso? Kannst du die... Achso. Musst du die extra noch laden? Ja, die muss ich extra laden. Achso. Mit X da. Mit X? Ja. Also hier bei mir auf der Tastatur. Achso. Wie hat dich jetzt schon wieder eine gesehen, Alter? Das kann doch nicht sein. Platten, platten, platten. Platten. Nachlegen. Stimmt. Platten, nachlegen. Und neue holen. Ja, Gott stimmt. Ist vollkommen recht. Ja, komm. Und, weiter geht's. Oh, du schmeißt an deine Granate, wie fies. Ich bin jetzt aus dem Blick. Diese unfairen kleinen Bengel da. Ganz schlimm. So. Okay, welche nehmen wir denn? Ja, hier, die zwei links von dir. Da, 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 genau. Bleib in der Mitte. Boom. Wenn die jetzt nicht wirklich da ist. Alter, vor dir? Drohne hier. Die hast du geblendet. Kein verstecken. Kein verstecken. Meine Drohne. Sehr gut. Ich wollte nicht, ich dachte, es wäre eine Smoke. Ich dachte, es wäre eine Smoke. Ich dachte, wirklich. Roll sie runter, Johnny. Roger Lieutenant. Boxing, Boxing. Boxing. Was machst du denn da? Kannst du. Gustav ist auf unbestimmte Zeit verhindert. Achtung, Milena ist besorgt. Wie liegt das Geld? Gut, das können wir für uns nutzen. Da sind noch Platten. Hinlegen und warten, bis die kommen. Die kommen ja. Kommen wir da rein. Ghost, wenn du den Strom für Sicherheitssystemen kaffst, kannst du die Tür von hier aus öffnen. Geht klar. Ohne Strom sollten sich auch die Drohnen nicht haben. Na, komm jetzt. Ne, ich glaube, die sind oben, oder? Du hast, glaube ich, alles abgerollt. Nein, da ist noch wieder. Bist du auf wieder. Soap, du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Ich bin optimistisch, dass ich damit treffe. Pass auf die Drohnen auf wieder rein. Okay, wir sind näher ran. Ghost, was gibt's Neues? Oh, die fliegen hier ins Haus rein. Alter, da würde ich meinem Sicherheitsexperten noch mal was erzählen. Ja. Mit dem Sicherheitssystem werden auch die Drohnen abgeschaltet, oder? Theoretisch, ja. Uh, guck mal. Self-Revive-Kit. Na, wir sind optimistisch, brauchen wir nicht. Ja, ja. Ich hab hier schon eins. Geh mal duschen. Die kommen rein. Deswegen geh hoch. Lieutenant, Lage beläst. Fast fertig. Schön dranbleiben. Ganz schön viele Badezimmer, hä? Aber geiles Haus. Muss man ja einfach mal sagen. Die Oligarchen wissen, wie man lebt. Immobilienpreis möchte ich wissen. Links oben auf der Treppe war der. Ja. Alter. Alter. Das war bei dir vorhin nicht so. Nee. Ich muss irgendwas an mir gehabt haben, das nicht so heftend ist. Oder du hast den Drohnenpilot jetzt wirklich verärgert. Als ob da ein Pilot wäre. Nee, aber die sind nicht ferngesteuert. Scheiße. Hätte ich doch eine Samtex hochgeworfen. Ja, hättest du mal gemacht. Ja, hätt ich mal gemacht. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Ist er ausgerutscht? Ist er jetzt irgendwo abgeschmiert? Ist er aus dem Fenster irgendwo? War das lustig, wenn er ausgerutscht wäre? So. Sesam, öffne dich. Ja, da haben wir sie noch. Halleluja. Sitz. Fieg dich. Hehehehe. Wie hieß nochmal die letzte Frau, die wir auch gefangen genommen und wieder freigelassen haben? Oh, das war diese, ähm, lateinamerikanische Frau, ne? Ja. Das wird sie gleich. Oh Gott. Gibt's ja auch alles. Das ist immer ein altes MacBook. Hehehe. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Oder du hackst sie ab? Ist nicht mein Stil. Aber seiner. Wozu die Maske? Um mein Gesicht zu verbergen. Pff. Pff. Ja, okay. Pff. Wir sind drin. Nichts in meinen Bankdaten bringt euch näher zu Wladimir. Das werden wir ja sehen. Mehrere Konten der Konigruppe gut verschleiert. Diverse neuliche Überweisungen an das Zordaya-Gefängnis. Kulak. Geld für Makarovs Flucht. Geld auf ne Türen. Lass uns doch ein paar Rubel aus Makarovs Kasse nehmen. Pff. Erledigt. Sag Bescheid, ob wir einen Nerv getroffen haben. 85 Millionen von Makarov transferiert auf ein CIA-Schwarzkonto. Wladimirs Werk? Ist schon vollständig bezahlt. Ihr seid nicht sehr gut darin. Sie auch nicht. Alle Ihre Leute sind tot und Ihre Konten weit offen. Überhaupt nur Makarovs Zukunft. Nicht meine. Oh, Soap. Hörst du das? Oh ja? Dann müssen wir wohl persönlich werden. Wir müssen hier bald weg. Beeil dich oder wir nehmen Sie mit. Schweizerische Nationalbank. Das ist Ihr privates Konto. Stimmt's? Das Geld wurde kaum angerührt. Was wird es? Wir scheinen Ihren wunden Punkt gefunden zu haben. Lehren wir es. Trau dich das bloß nicht. Stimmt etwas nicht, Frau Romanova. Ich kenne nicht Makarovs Pläne. Ich bin ein Financier. Nicht weiter. Gib ihm deinen Abdruck. Oder zeigen Sie uns den Weg zu Makarov. Fickt euch. Und den kleinen Vogel in eurem Ohr. Das Konto ist mein Geld. Ich kämpfe dafür. Mein Verdienst. Noch ein bisschen und wir haben Sie. Letzte Chance. Sonst übernimmt er. Er wird wissen, dass er hier wart. Ohne mein Geld bin ich so gut wie tot. Ich brauche mein Geld. Dann brauchen wir Makarov. Wo ist er? Wostock. In Wostock. Wostoyme. Da kann man sich also gut verstecken. Ich bin ein guter Spock. Bladimir Kopfverlassene Immobilien. Ich weiß nicht, was er damit macht. Oh ja. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Also, weißt du? Ich lese. Mehr brauchen wir auch nicht. So viele Punkte, die ich gleichzeitig reden möchte. Heih. Stuhl ist. Sieh es mal so. Du hast immer noch ein schönes Haus. Auf der Insel. Mit einer eigenen Armee. Können schlimmer sein. Ja, aber sind nur zwei Leute reingegangen und haben alle umgebracht. Also, ich würde nochmal über das System das System nachholen. Was ist denn das denn jetzt? Das ist eine Rückblende? Achso, ja stimmt. Der war ja gar nicht gefahren. Der war ja gar nicht gefahren. Sieh wieder frei. Erste Mission. Ich bin ja gar nicht gefahren. Ich bin ja gar nicht gefahren. Wenn sie kommen, dann wir sie treffen. Ich will, dass alle wissen, dass wir nicht vor jemandem nicht остановимся. Sie sind ein Mann, sie sind. Und sie sind. Entstanden? Wir haben Romandaufer gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepard's Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten? Schätze ich auch, Captain. Ich hab jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gass arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nick holt euch per Starrflügler. Der Ballon. Skyhook. Wenn Makarov da ist, schnappt ihn Bravo. Sex and Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov. Er ist unser Junge, der Hofheld. Scheint ihr das Sorgen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gass, bist du in Position? Gut. Sehen wir wen und was wir hier finden. Kommt nicht mit leeren Händen zurück. Watcher Ende. Bestätigt. Bin bereit. The Raid. Weißt du, was ich halt auch ein Problem finde? Ähm, jetzt so auf die Serie gesehen oder beziehungsweise jetzt auf Call of Duty gesehen. Mhm. Wir haben jetzt hier mittlerweile echten Figuren-Ensemble. So. Ähm. Und ja. Ich frage mich, was der Sinn dahinter ist. Weil bei vielen habe ich einfach auch nicht mehr das Gefühl, dass für die was auf dem Spiel ist. und wie es steht. Meinst du jetzt von den Figuren an sich? Oder wie? Genau. Also die werden ja nicht sterben. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich glaube, äh. Ja, du hast keine Kleine. Die muss ich auch finden. Ähm. Ich glaube, denen ist zu Anfang nie bewusst gewesen, das was aus dem Franchise wurde. Und das wurde es in den letzten Jahren dann halt so. Dass es dann halt so wiedererkennungswerte Figuren gibt. Und äh. Wichtige Charaktere der Geschichte. Die dann auch Multiplayer zu sehen sind und die sie dann nicht mehr was auch töten können. Weil wenn man bedenkt, wie die Reihe angefangen hat. Ähm. Willst du mich verarschen? Was war denn jetzt, Alter? Kann denn nicht mal eine Leider hochlaufen? Kann ich nicht mal eine Leider hochlaufen? Fuck! Die haben Leute, die haben Charaktere etabliert und Charaktere auch wieder sterben lassen. Und das wurden dann irgendwie Fan-Favorites. Weil, äh. Captain Price ist im ersten Call of Duty schon gestorben. Ja, Alter. Also im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja diese britische U-Boot-Mission. Und ähm. Aber war das nicht sein Vater oder sowas? Ja, ja, genau. Der hieß aber auch Captain Price. Ja, klar, gut. Wenn, ja. Also. Ja. Aber der erschien ja anscheinend ein sehr beliebter Charakter zu sein. Auch schon während, äh, Call of Duty 1. Weshalb der in Call of Duty 2 ja wiederkam. Und man sich dann halt, äh, einen anderen Krieg geholt hat. Beziehungsweise einen anderen Zeitpunkt des Krieges, der sich rausgesucht hat, wo er dann noch am Leben war. Und Ghost zum Beispiel, den hat sich auch im allerersten, äh, in Modern Warfare 2 etabliert. Und ist auch schon verschwunden. Und das bereuen sie, glaube ich, bis heute. Pass auf, Gers. Sie suchen überall nach dir. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ein paar Leute umgebracht. Aber jetzt hab ich schon wieder hier Panzerplatten, ne? Das heißt, wir haben hier schon wieder... Ja, das ist schon wieder so ein... Ich hasse diese Mission mit diesen Panzerplatten. Ja, da kommst du nicht hoch. Pass auf, Gers. Conny ist auf der Jagd. Hm. Braust du nicht. Ne? Ne. Da ist noch nichts. Braust du nicht. Machst doch alle mit der... Shotgun weg. Wird nicht unaufnahm, Samstagabschand. Tötig. Ah, Plattenkommnis so langsam gebrauchen. Pumpe, Pumpe. Macht halt schönen Dienst. Hab ich nicht. Hast noch nicht die Klammer. 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 Steigklammer. Wurde vor auf Etage 6. Die Hälfte ist geschafft, Gers. Ha, ha, ha. Nachranen. Schreie. Kontakt. Nicht brauche ich. Es will mit von... Sir. Hier wird euer Verbrechen. Hallo, Taktik. Wir nicht so eine große Batterie. Scheiße, Mann. Du bist sehr optimistisch durchgerannt, musst du sagen. Ja, aber ich wäre auch down gewesen, wenn ich jetzt... Na, du kannst ja in Deckung gehen können. Ja. Also rechts war die Tür... Ja, aber die Granate ist ja... Also ich denke mal, die Granate hätte mich... Ja, okay, gut. Aber vorher waren noch Türen offen rechts. Da hättest du einfach reingehen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, 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 ja. Das kann ich nicht nehmen. Nix. Nix. Ja, zurück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugschacht erreichst. Roger. Bin unterwegs. Kev. Bin am Aufzugschacht. Hier ist eine Leiter. Okay. Platter raus. Bravo. Treffer zum HRZ. Es ist Andrej Nolan. Einer von Makaros altem inneren Kreis. Christopher Nolan. Zwei, ich sehe jetzt einen in meinem Stockwerk. Links das Gleiche. Was ist das? Was hier? Der zeigt doch irgendwas. Ne, ne, ist doch... Was hier? Ne, 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 da ist nichts. Ganz auf dem Grad aus weiter und gleich kommen ja die zwei von der Treppe runter. Oh, links ist noch die Tür offen. Pass auf, Gas. Sie suchen überall nach dir. Cocktailparty. Oh, schön. Was ist denn das? Kannst ja mitnehmen. Das ist ein tragbares Radar. Kannst du hinlegen und dann siehst du die Gegner, ob die kommen. Pass auf dich auf. Wieso haben die Russen eine Holger? Wie geht das? Tja. Vom Laster gefallen, wenn man so sagt, ne? Ja, da warst du ja, das ist ja nichts. Ja, ja. Ich will ja nur einfach... Kann ich das Ding jetzt doch benutzen? Immer noch nicht. Aber da ist doch ein Kreis drum. Ja, ein Kreis, aber keine Taste zum Benutzen. Rück auf Etage 6 vor. Die erste ist geschafft, Gas. Conny hat richtig aufgefahren. Ich gebe vor. Wo ich kann, du packst das, Garrick. Ich habe Nachtsicht gefunden. Besser, da liegt noch mehr Ausrüstung rum. Conny hat Geld. Conny hat Geld. Conny macht Druck. Oh, shit. Conny kriegt in die Fresse geschossen. Kannst ja vielleicht rausspringen da. Fenster. Okay, lieber nicht, lieber nicht. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Die sind auf der anderen Seite. Ja, wo? Die schießen auf dich. Da. Ja, du bist die Gefahr. Ich sehe schon. Ah, Parcours. Okay. Warum auch immer. Warum auch immer. Zum Glück hast du deinen Fallschirm eingepackt. Ja. Ich bin gern gründlich. Emil, niemals ab vom Acker ohne deinen Fallschirm. Muss ich jetzt wieder alles hochlaufen? Ja, vielleicht findest du hier noch das Ding. Nope. Brauchst nicht. Brauchst nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Das sind noch ein paar Gerüste. Da kannst du hochklettern. Ein paar Baugerüste. Das sind noch einige Conny auf dem Weg. Werden nicht unaufmerksam, Sergeant. Halbautomatik. Ich weiß nicht. Warum? Na ja, du wechselst so zur Pistel viel schneller. Findest du nicht? Ja, ja, ja. Kannst ja machen, wenn du... Achtung, Gäste. Conny-Soldaten-Pafurien-Baschen her. Alter. Na komm. Hinter dir sind noch Platten. Ja, Biet. Was ich noch gesagt habe. Gib mir doch mal kurz Zeit, mich hier zu orientieren. Nein, 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 nein. Sammeln. Oh, was hat der Karton dir angetan? Jetzt er darauf schießt. Das ist doch alles ein Witz. Wo sind die Platten? Du hast schon, eingesammelt. Eine. Immerhin. It's something. Nein, was ist das? Ja, nee, hier kam ich... Hier war ich neben mir, ne? Da muss ich auch nicht hoch. Ja, ich würde hochgehen. Treppe blockiert. Es gibt noch ein paar andere Wege aufs Dach. Ja. Geh auf die Tasche 7. Guck weiter vor. Der Feind befindet sich in Etage 6. Findet und töst ihn. Nee, nee, du bist schon richtig. Ja, ja, ich will einfach nur... Ah, du willst gucken, was hier los ist. Ja, genau. Ich will mich nur kurz orientieren, beziehungsweise versuchen. Sergeant Conny ist auf der Suche nach dir. Ich sehe nichts, ne? Die sind gerade oben, oder? Ja, die sind gerade runtergesprungen. Wie viele Rollen noch runter? Über die, über die? Alter. Geht noch. Wir haben gleich eine Sam-Tag hinterher, oder? Das ist ja da unmöglich. Oh, schön. Du kannst ja diese... diesen Taschenradar runterwerfen. Hier liegen jetzt schon so Dinge rum, ne? Ich sag's nur. Hm. Was ist das? Experimentalsgas. Und hier kam ich ja, ne? Soll ich jetzt so eine MP immer nehmen, oder nicht? Weiß nicht. Kannst du dich von hier aus nach oben, von wo die runtergesprungen sind? Und wir auf so eine Kiste und dann von dort aus... Aha. Erstmal muss ich den wegmachen. Ja. Ach nee, scheiße. Oder du springst hier raus aus dem Fenster und guckst, ob du da weiter kannst. Ach, hier kannst du hoch, oder? Ganz normal. Ja. Begebe mich auf Etage 8. Nur noch ein paar schnappen wir den Kerl. Nur noch ein paar, was? What? Leg mal, leg mal dieses Radar-Ding da hin. Du kannst gucken, wie viele Leute entgegnet da sind. Ah, siehste. Aha. Du musst hoch, oder? Da ist eine Leiter. Links von dir. Steige zur Etage 9 auf. Fast oben, Gass. Scheiße. Ernsthaft? Er ist nicht dein scheiß Ernst, ne? Es tut mir leid, aber ich muss mal für kleine Flakgeschütze. Okay, dann mach ich kurz weiter. Ach Gott, ganz von unten. Ja, gut. Was? Ja. Echt? Ja, ich versuche mal ein Steigbügel zu finden. Oh, ich hasse es. Wenn wir ein Steigbügel finden, oder Steigdings finden, dann können wir schneller nach oben. Okay, let's go. Roger, bin unterwegs. Cap, bin im Aufzug schacht. Hier ist eine Leiter. Nicht runterfallen, wie schreck. Es ist Andrei Nolan. Einer von Makaros, alten, inneren Kreis. Weit oben in Konis-Nahrungskette. Bestätigt. Jetzt kommen wir hier. Platschen, platschen. Feinde kommen die Treppe runter. Pass auf, Gert. Nicht aus, Junge. Rückauf, Etage 6 vor. Die erste ist geschafft, Gert. Du hast ins Nest gestochen, sie haben es auf dich abgesehen. Er hat richtig aufgefahren. Ach scheiße. Wo ist mein... Ist nicht der Scheißernst. Ich hätte den Sprung geschafft. Du bist toll. Er ist zurück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugsschacht erreichst. Ich bin unterwegs. Kepp, wir haben den Aufzugsschacht. Hier ist eine Leiter. Okay. Maro, Förster zum HRZ. Es ist Andrei Nolan. Einer von Makarovs alten inneren Kreuz. Leid oben in Conning Maros Kette. Nicht jeder droppt ne Platte. Echt? Ach Gott. Einmal draufgegangen. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte es nicht geschafft. Ja. Vor allem, wer hat dich denn da irgendwie... Ich bin auf Etage von geschossen. Auf der anderen Seite. Ich glaube, wir brauchen Sturmgewehr. Mit der Knifte allein. Das bringt so alles nichts. Die Hälfte ist geschafft, Gas. Der ist noch da. Warte. Gegenüber. Ey, nimm das... Boah, gut. Ernsthaft? Da ist ein Abrissgebäude. Da war noch einer. Ja. Der war versperrt der Weg. Einen Steigbügel hast du immer noch nicht, oder? Nee. Ach nee, du musst in Ruhe halten. Und da rein? Da waren sie. Schmeißt du mal eine Kanade rein, oder? Wir wissen, dass du kommst. Pass auf, Gas. Toni ist auf den Garten. Hu, hu, hu. Da ist noch einer. Ach, draußen ist der. Ja, ist wieder drin. Ach, scheiße. Sehr gut. Du mieser kleiner. Penner, ey. Mann, Mann, Mann. Siehst du, wie heißt der? Ohne diese steigte... Oah. Ich häng' fest. Oh. Meine Herren, ey. Mieses Spiel. Oh. Oh. Oh, oh. Da ist ein Reiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwas zum Looten? Geh noch nicht hoch, ich hab Angst. Vielleicht Platten? Ach komm ey. Guck mal da rein, kannst du da rein? Alles ziemlich... Die kannst du aber deaktivieren oder? Ja hab ich. Deaktivier mal lieber alles. Mach mal. Da ist eine am Boden oder? Ja, da ist eine direkt am Boden. Kannst du sie nicht kaputt schießen vielleicht? Warte, dreht sie grad zu mir? Boah. Ja, die bewegt sich. Hm. Hier was zum Looten. Da ist hier noch mehr. Aber gibt's hier nix? Nichts? Wie unbelohnt. Da ist noch was? Ja. Und da ist die an die sich bewegt oder? Siehst du noch irgendwas? Nee, ich seh nix Das muss ja hoch, ne? Dreh dich direkt um Da, Alter Die kannst du Kannst du die nicht Doch, kannst du Hey, wie mies, Alter Wie willst du dir denn Aus dem Winkel da irgendwie Sonst kalt stellen, ey? Kommt die denn her? Von oben, oder? Ein Stockwerk höher Feuer frei, klingt nicht gut Oh, da ist was Und da ist auch was Da ist bestimmt was drin Ja, Gegner Alter, hast du recht gehabt Krass Das hat mir das Aber vielleicht Ah, guck mal Ey, nehm die jetzt Ja, genau Ah ja, Halleluja Das ist grad so ein bisschen Oldschool-Shooter Mit Halfpack suchen Ja Alter, komm über mir Oh, da musst du bestimmt Reinspringen Äh, ja, Moment Erstmal ruhte ich immer in Ruhe Ich hoffe einfach mal, dass wir Dieses Ding bekommen, womit wir da nochmal rüberspringen können Oder hochziehen Diese Steigklemme Da links war was Glaub ich Da? Ne, Entschuldigung Das war das Licht von den Rettern Das wird Hm, hm Ah Ah gut Ne, wir machen mit Das war jetzt nichts Ja, hier muss doch irgendwas sein Das ist doch schon mal ein Anfang Boah, scheiße, scheiße, scheiße Gegenüber Oben, auch im Dach Oben, auch im Dach Wir sind hiermit eigentlich gut versorgt Was ist denn da hinten in der Ecke noch? Munition Und das ist da? Ah, Schnappschuss Ja, besser als nichts Ich hab nur im Moment nichts Ja, aber Schnappschuss bringt dir ja nichts Rechts? Rechts Ah, da Ist das ne Abkürzung? Naja, du musst auf jeden Fall da rein Also würde ich jetzt behaupten Das ist dein Way to go Da ist die Steigklemme Geil Achtung, das ist ne Mine Ja, ich seh's Ist hier irgendwas, ist hier irgendwas? Ja, vielleicht rechts noch Ja Ja Die Steigklemme ist gut Ja, vor allem können wir mit der jetzt gleich ein bisschen was abkürzen, oder? Ja, absolut Die haben wir jetzt ja, oder? Achtung Ich will sie kaputt Aber dann wissen die, dass ich da bin Fuck Jo, willst du weitermachen, du hast die Steigklemme Ach nein, ich will nicht Okay, dann mach ich schnell Grümieren, lass grümieren Ja Wenn wir die Steigklemme haben, geht das jetzt viel fixer, glaube ich Weil wir jetzt die Abkürzung einnützen können Ja, zurück vor, sag Bescheid, wenn du den Aufzugschacht erreicht Roger, bin unterwegs Wo ist er denn? Bravo, Treffer zum HRZ Es ist Andrei Nolan Einer von Makarovs altem inneren Kreis Ja Die wissen, dass du da bist Geister sind Feinde auf der Tratte Aber ein Steigseil Das ist quasi ein Marsch Achtung An alle Einheiten Drücke zur Etage 11 vor Alles klar Ja, ist gut, 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 gut Nolan hat sein Team alarmiert Sie wissen, dass du kommst Scheiße Ja Wäre auch zu einfach gewesen Ja, guck mal, kann sich rüber schwiegen Warte Ach, kein Preis ist da Oh, guck mal hier Ähm, RPK ist vorne, haben Sie gesehen? Ja, aber Ich bleib bei der Shotgun Und? Und die hier, die 9mm Ja, okay Schieß auf alles, was sich bewegt Aber Nolan brauchen wir lebend Okay Ich sehe Nolan Vorsicht Das Ziel ist schwer gepanzert, Cap Verstanden Nur außer Gefecht setzen Töte das Schwein nicht Gesessen? Das ist nicht dein Scheißernst Kommt noch Heli Jetzt wäre das nicht gelupen Vielleicht solltest du auch da runtergehen? Tja Claymore sind vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Ja Ein offensiver Claymore ist schwierig Ja Fies Gut Alter Ja gut Da haben wir Meisterschützen Hat der ein Schild Schild Schweinehund Komm mal, kannst du das nehmen? Ja Kann ich Arschloch Da ist einer in der Kiste Von oben, glaube ich Boah Kann ein guter Wurf gewesen sein Ja Bleibt noch Bleibt noch in Deckung Da kannst du mal nicht hoch, ne? Ne Warte, fällst du da durch? Ne Ne Sechs, Ziel neutralisiert Was? Er ist am Boden Sicher Da haben wir den Nolan So Bisschen wie Norm Reed ist Töte mich Töte mich Ich helfe euch nicht Das sagen sie alle Ich sehe, sein Mund bewegt sich noch, stopp sein Maul Oh nein Ja, ja Oh, wo haben die Blackhawks her? Ja, kannst du nicht ablegen Also, musst du den die ganze Zeit tragen? Ja Ja Ja, ich kann nicht sagen Kannst du mit dem Skyding arbeiten? Äh, mit dem, mit dem, mit dem Steigbübel? Ne, leider nicht Und Skyhook muss ready gemacht werden Hard Wo? Äh, dort wo der Ballon ist Also, ah Shit Da drüben müssen wir hin Da, oh ah Krass Nice Vielleicht müssen wir hinterpriced bleiben? Ach Gott Das wäre jetzt fies, wenn wir hier ganz von unten anfangen müssen Ja, zum Glück nicht Wir fangen zum Glück hier an Ja, zum Glück fangen wir nur da an Ja, nee, das ist in Ordnung Nervig, aber machbar Unterwegs zur Extraktion Ja, du kannst ja schon mal rüber gehen, oder? Also runter gehen Ich meine, solange die da noch irgendwie alle durch die Gegend laufen, äh, sich abseilen müssen Und so Alter, wie soll's denn das schaffen, ey? Und zeigt eigentlich auch wieder, dass die Pistols ein bisschen overpowered sind, oder? Ah, ich glaube, es ist nur jetzt hier in dieser Mission Da ist noch einer, glaube ich, in der Kiste, oder? Ja, ja, ich hab ihn gesehen Ist auch schwierig zu zielen, muss ich sagen, aus der Entfernung Hey! Oh, Entschuldigung Ja, gut Dankeschön Und da hinten ist noch einer Zum Surprise, ja nicht hinschießen Keine Ahnung, kannst du auch nicht schmeißen, ne? Kann ich so Ne, nur die Pistole Ach da Und jetzt verteidigen Was? Natürlich Mehr Helis im Anflug Halte das HRZ sicher Da war eine RPK, ne? RPK Ah, nee, doch nicht Die nächste Kaste Ja, Entschuldigung Egal Helis laden weitere Verstärkung an Komm, direkt wieder Achso Ja, hat schon mal einer erwischt Einer wenige Noch eine Granaten Zwei Minuten Zwei Minuten Noch mal Granaten Ja, okay Jetzt Oh, zurückwerfen Was? Ich hab noch zurückgeworfen Da, eine Granate hin Ich hab keine mehr Ah Da muss die Klemus jetzt Wann wir uns nahe getrunken Oh shit Fuck Fuck Scheiße Alter, was war das denn jetzt? Scharfschütze oder was? Das war jetzt aber ungeskriptet mit der Granate, oder? Ja, würde ich auch sagen Ja Geil, ich würde sagen Das ist doch mal ein guter Schlusspunkt Machen wir hier aber einen Schnitt Gucken wir nach der Cutsdienstländer Und gucken, was in der Mission ist Ey, ich kann dieses oben ohne Bild nicht mehr sehen Also wirklich Also, als hätten die kein anderes Ja, das ist wirklich so Natürlich Das hat sie da Kein Kaliber 50, oder? 07 in Position mit Kilo Ja, also sie nicht Er schon, oder? Das ist ein Kaliber 50 Wo ist unser Objekt? Gondor nähert sich Sieg aus den vier Fahrzeugen Irgendwas von Makarov? Noch nicht, aber das dritte Fahrzeug ist gut bewacht Ghost und alle Bravo, bestätigen Okay Schönes Eis gebohrt Schönes Akkubohrer, der auch unter Wasser funktioniert Stellt Häggle und Koch jetzt auf Akkuschraube? Obwohl nicht Stimmt Bosch Häggle und Koch Also wenn es ein Akkubohrer ist Dann funktioniert er nach einer halben Stunde nicht mehr Verbiegt er wahrscheinlich Also ich hab jetzt ein echt Ich hab einen von Bosch Der hat wirklich Der ist richtig, richtig gut Dann Machen wir Pause Genau an dieser Stelle Geil Wie es weiter aussieht Sehen wir dann in der nächsten Session Genau Ich glaub, wir sind auch schon gut vorangekommen Würde ich sagen Ja, ich würd auch sagen Jetzt kann es nicht mehr so weit sein bis zum Ende Und ja Wir sind aber noch nicht am Ende Nur An einem vorläufigen Wir machen eine kleine Pause Bis Später Hey du 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 Ja Du Und du Und du Auch Und du auch Ja Du Ich muss schon ablesen Das ist peinlich Danke 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 Dankeschön Vielen Dank Gracias Wir alle von den Rocket Beans Wollten uns bei dir bedanken Denn dank deiner Unterstützung Können wir das machen Was uns wirklich Spaß macht Und das ist dir Spaß zu machen Ja Recht herzlichen Dank Dankeschön Danke Wirklich, danke Merci Spasiba Origato Erfreitestopoli Was willst du, was ich sage? Vielen Dank Auch von uns Und von uns Und von uns Vielen herzlichen Dank Danke, Mann Danke Vielen Dank, dass du Du Ja, du Im RBSC bist Vielen Dank, dass du im RBSC bist Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so Danke Wer auf uns ballert Auf den ballern wir zurück Herzlich willkommen zu Modern Warfare 3 Okay, auf den ballern wir zurück Und wir ballern heute Uns jetzt gleich Durch die gefrorene Tundra Let's go, würde ich sagen, ne? Das nennen die auch noch so Ja, die gefrorene Tundra Dran Wo stehen wir aktuell bei Nolan? Naja, wir sind ja Wir haben ja Nolan vorhin noch gefangen In diesem verlassenen Gebäude Das steht fest Er verdammt Dass man so Raid-mäßig aufgebaut war Und das wäre das oben ohne Bild von Makarov Was du magst Mhm Du hast ihren Funk abgehört So ist es Nolan ist verstummt Aber sein Funk und Telefon sprechen Bände Was wissen wir? Sie bringen jemanden oder etwas zu einem... Ob da wirklich was Sinnvolles steht? Ah ja, steht das Das ist kyrillisch Also ich gehe schon stark davon aus Naja, ich meine Sie gehen ja glaube ich davon aus Dass die meisten Leute das nicht lesen können, oder? Also ich glaube In unserer westlichen Welt Sind sehr viele Leute Die die Sprache schon sprechen Ja Das hatten wir doch schon gehabt, oder? Ja, aber genau Am Anfang haben wir dann hier abgebrochen Also müssen wir uns das hier einfach nochmal angucken Ah, hier Wir sehen sie ja gleich Wir sehen sie ja gleich Wir sehen sie ja recht kurz Kratz ziehen Das hatten wir doch schon hier Ja, ja, ja Aber wir hatten nur die ersten 5 Sekunden gehabt Danach haben wir dann Den Bosch-Agguschrauber gefangen Ja Bosch-Agguschrauber Ich frage mich ja immer Denkt man sich jetzt gerade so wie er aussieht Boah, ist es schon ein bisschen kalt? Oder Ist es alles etwas, was man wegignoriert Weil die Mission an oberster Stelle steht? Ich glaube, es ist trotzdem arschkalt Verstanden Aber es sind Trockenanzüge Vielleicht sind ja besonders wahr Was soll ich jetzt machen? Abwarten Abwarten? Warten wir? Ja, das passiert schon so Da Oh, ich mach Kannst du dich bewegen? Nein Oh, warte Ja, genau Da hatten wir es Jetzt Was soll ich jetzt machen? Ein Fahrzeug suchen Oder zum Fahrzeug, wo das die Zielperson ist Kein Makarov Ja, ist auch keiner Ziel ist nicht in diesem Fahrzeug Wir müssen zum Ziel kämpfen Bevor er erträgt Fahrzeug sicher Brücken Boah, schwimm doch einfach Geh doch mal weg da Ich würde ihn gerne absaufen lassen Aber wir müssten ihn rausholen Ziel negativ Kein Makarov Mal empfangen Ziehen wir ihn raus Geh es gedrückt halten Äh Oh Ja, ich weiß Was gerade das Problem war Du hast Playstation wieder im Kopf gehabt Ja Da ist nicht X Sondern Kreuz im Kopf Geil 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 Und den hätt ich auch gern Aber was willst du damit machen? Türen öffnen Ich weiß nicht, wofür ich das brauchen würde Aber ich hätt es gern Ja Hatte Nick Fury in Winter Soldier 2 Winter Soldier und ich auch sowas gehabt Gefangener gesichert Womit da natürlich die Kanalisation abgehauen ist Ja, na gut Das war Ich glaube, das hat das Auto gemacht Das Auto war geil Das hätt ich auch gern So Und ich wette, es ist jetzt nicht Makarov, oder? Das ist schon Makarov Sechser und Watcher Kein Makarov Das Ziel war nicht im Konvoi Gefangener abgefangen und gesichert Wer ist das? Moment Graves, oder? Ach Guck mal hier Mhm Der müsste doch frieren wie ein Arsch Ja Vielleicht ist das so wütend, dass ihm wieder kalt, äh, wieder warm wird Was tun sie hier? Die jagen uns schon Sie fanden mich zuerst Was war der Preis für ihr Leben? Absolut nichts Blödsinn Ich bin ein Viersterne US-General Und trotzdem leben sie noch Werfen wir den Penner zurück in den See Ich kenne Makarovs nächstes Ziel Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschreite Dann sagen Sie schon Zuerst wollen Sie nicht hier raus Alle Stationen, da kommen Helis aus dem Norden Noch 10 Klicks Roger Befehle, bravo Die Oligarchien-Info war gut Selbst wenn ihr jetzt lügt Ist er für uns noch nützlich Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da Hatten Bill was von Bruce Willis in Alt, oder? Ja, das hatte ich auch ihm gedacht Sag Nick, wir sind einer mehr Schon besser So Geben Sie mir eine Jacke Und ne Waffe Nein Ne Waffe geht Hilfe wäre gut Ne Pistole und Thermaljacke Sie halten sich an Gas Und Vorsicht Oh, ich werde, er schießt doch gleich einen, oder? Also am Ende der Mission ballert der irgendeinen in den Rücken Der es dann noch halbwegs schafft Hier so ein Classic Modern Warfare, ne? Ja Das war ja der große Verrat von Shepard Das war für mich damals auch ne Überraschung Da hatte Call of Duty noch überrascht Habe ich keine andere Waffe? So Thermalsicht, LT? Also L2 L Trigger Also, ja Das ist deine Thermalsicht Okay, ja gut Das klingt nach mangelnder Disziplin, Sergeant Hürzen Sie ihn nicht, General Würden wir uns schwenken? Conny Hilli waren Schützen Sehr, sehr hinterher Sicht 11 Uhr 11 Uhr Anna Wir sollten Sie ausschalten Klappe halten, verdammt Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Captain Wir können Sie passieren lassen Was soll ich jetzt machen? Du kannst sie passieren lassen und die erledigen Ich lass sie passieren, ne? Obwohl Nice Oh shit Wo, wo, wo? Warum, wo hänge ich denn jetzt hier? Oh man, Alter Oh, das geht los Ey, ah Ja, bist du irgendwo am Baum hängen geblieben Ey, dieses Kackspiel Dieses Kackspiel Ich muss leider sagen In diesem Neuen Modern Warfare Hänge ich im Multiplayer Ziemlich oft irgendwo hin Ja, ich auch Oder bleib ich da irgendwo hängen Wir sollten Sie ausschalten Und die Klappe halten, verdammt Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Captain Wir können Sie passieren lassen Oh Gott Oh Gott Sieht man die so schlecht? Ich lass sie jetzt vorbeziehen Geh mir am Arsch vor Echt, ey Kann man ja Können Sie lieber uns schützen Sehe Sie in der Mahlsicht 11 Uhr Wir sollten sie ausschalten Klappe halten, verdammt Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Captain Wir können Sie passieren lassen Wir hätten längst angreifen sollen Maul halten, Shepard Da ist noch einer Zwei, die kannst du mit dem Messer Vielleicht ausschalten Da kommt noch ein Trab Oh shit, die kommen genau in deine Richtung Das sollt, das sollt, das sollt Wissen Sie noch, wie man schießt, General? Scheiß dein Eisbär in den Schnee Halten Sie die Waffe gerade Keine Sorge Ich finde diese Waffe so hässlich Die P90 hier, die du hast Oder die andere? Die andere Obwohl, das ist ja nicht mal eine P90 Wo soll er sein? Weiß ich gerade nicht Da 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 bringt die Mahlsicht auch nichts Da, über dir Wo? Der war genau in die Richtung, wo du geschaut hast Aber so ein bisschen weiter oben Aber er hat halt Naja, einen Anzug, der mit der Thermalsicht nicht zu sehen ist Kannst auch dieses andere Gewehr rausholen, weil Du siehst ihn ja sowieso nicht mehr aus der Thermalsicht Da ist er rechts Wo ist er, wo ist er? Der ist down, der ist down Ja, ja Da ist er Da vorne ist unser Truck Offenbar haben wir einige Bewunderer bestätigt Angriffsthemen Sechsanfacher und Ghost Unser Transport ist kompromittiert Wie viel siehst du? Links ist einer Wir sehen nur den einen Rechts, rechts von dir Da siehst du Du siehst ihn nicht, weil die Thermalsicht nicht verfügbar ist Guck mal, zwei mal nach links Ein bisschen links, links, links Da ist er Da Das war's, oder? Hm, bestimmt noch ein paar, oder? Der Scharfschütze liegt am Boden Was sind da denn, Leute? Oder? Ne Ha Ich habe Lerngranate Direkt vor dir Die Ausrüstung ist noch zu gebrauchen Hast du den gesehen? Ja, der lag da doch Ich habe den nicht gesehen, ey Ich habe den wirklich nicht gesehen Du hattest ihn direkt im Visier gehabt Ich habe schon gedacht Warum drückst du nicht ab? Ja, wie gesagt Weil ich ihn nicht sehe Hast du ihn gesehen? Ja, ja, ich habe ihn gesehen Okay Schön Er muss an die Links denken Die Links sind ja noch am Leben Nö Ach, der ist tot Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen Aber kam gleich aus der gleichen Richtung Wie du den anderen Ich hast Aber das war, glaube ich, der gleiche Weil Ja, siehst du, der läuft da wieder Weiter links Aufpassen Leute Scharfschützen sind noch am Leben Shit Shit, 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 shit Dahinter ist noch einer Scharfschützen sind noch am Leben Ist der tot? Nee, ist noch nicht tot Der guckt da wieder Der lukt auch rum Er lebt noch Läuft Und hier ist einer Scheiße Der ist nach rechts gerannt Der obere Ich sehe den oberen nicht Der ist weggerannt Der ist nach rechts gerannt Scharfschütze Andere Seite des Feldes Der war hier irgendwo, ne? Ich sehe ihn nicht Wer war da? Siehst du ihn? Ich sehe ihn gerade nicht Oh, oh Äh, 1 Uhr Hast du es gesehen? Rechts von dir Übers Feld hinaus Jetzt von hier aus 1 Uhr Ungefähr die Richtung Ja Weiter links Weiter links Links, 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 links Beim Baum Zu spät Scharfschütze Andere Seite des Feldes Okay Links von dir Da Da sind 2 Direkt hinter ist noch einer Hier noch ein Ja, okay Da ist einer Genau Schön Nee, immer noch nicht Hab ich, oder? Ich glaube, Thorsten Aber einer ist da noch Okay, und wo ist der? Das werden wir gleich herausfinden Scharfschütze hinter dem gefällten Baum Welchen? Hinter Welcher? Der mit dem Gewehr Der der Russe spricht Reicht von dir, rechts von dir, rechts von dir Da Oh, fuck Fuck Das war der gefällte Baum Jetzt wissen wir, was man mit dem gefällten Baum meint Scharfschütze, andere Seite des Feldes Okay, erstmal die 2 Schön Und direkt dahinter Ein bisschen weiter links Ich musste nachladen Ja Am besten direkt hinlegen Zum nachladen Scharfschütze, andere Seite des Feldes Ja Wo ist denn jetzt der 2? Der hat sich dann gelegt Schön Aber der lebt noch Das ist nur so ein Schild down Der lebt noch Du hast ihn gerade hingezogen Schütze neutralisiert Der lebt noch Genau Genau Nein, hast du nicht Oh fuck Ja, jetzt ist down Guter Schuss Noch einer übrig Komm, kann ich dir den Schädel schießen? Nee Kann ich nicht Sind noch 2, ne? 2 Ja Genau Auf der anderen Seite des Feldes ist so ein gefällter Baum Da war der ja Ah, hier das Pad vibriert Wenn ich in die richtige Richtung ziele Ach wirklich Okay Wie trifft der mich denn da? Ambot Wo ist der gefällte Baum? Da, genau Da MAAANN Das gibt's doch nicht Das ist der gefällte Baum Da kommen von links nach rechts In deinem Visier Ja Schön Fuck Ja gut, was soll ich da machen? Ja Ja Scharfschütze Andere Seite des Feldes Okay Aber da war noch einer, ne? Ja, der ist jetzt wieder nach links Ja, der ist Ah, den kriegst du Schön Und jetzt noch einer Wo ist der scheiß gefällte Baum? Ja Warte Nee, da ist noch einer Das ist der Da läuft er gerade zu dem gefällten Baum Das ist der gefällte Baum Ein Schuss noch Geh runter Oh Mein Der will aber auch nicht Komm Schreck Alle Zeit der Welt Alle Zeit der Welt Der Motor ist hinüber Die Ausrüstung ist noch zu gebrauchen What? Was für einen starken Wurfarm hat der Typ denn? Ja, du hast ihn Alles sicher Hat der wirklich Aus der Entfernung Mit der Granate Mit Semtex Mit Semtex geworfen Ja Der war wahrscheinlich russische Olympionike Bevor er in die Armee eingezogen worden ist Wahrscheinlich noch zu Zeiten des Kalten Krieges Wo alle ein bisschen mehr Ivan Drago waren Genau, hochgedobt und gezüchtet Das geht nicht mehr Surp und Ghost sind wenige Minuten entfernt Verstanden Landezone sicher Gebe Änderungen durch Ja, wo liegt Ihr dummen kleinen Lutschwies Die Semtex kannst du mitnehmen, oder? Besser ist das Wurfmesser Da sind die gleichen Scharfschützengewehre Das ist noch Semtex Kannst du mitzuhalten? Das Segewerk Oh ja, drei Schuss ab Fahrer, wie ist dein Status? Unser Beschuss Andere Seite des Segewerks Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Okay Position halten, Kilo Wer flackiert sie? Verstanden Und hier haben wir keine Chance Wir müssen näher ran Wieso rennt der hier eigentlich Nur mit einer seiner Knifte Und keine Ahnung Keimschutz Hier ganz vorne mit rum Bist du dull Er sucht den Tod Conny ist überall Fahrer, wo steckst du? Conny ist überall Oh, wir sollten ein Bilderbuch Hier nach diesem Spiel Conny ist überall Conny in Russland Conny hat sich verschanzt Conny nimmt uns unter Feuer Conny macht Druck Conny macht Druck Finde ich sehr gut Conny ballert gottlos Molli Sind es Feinde? Das sind alles Feinde Alles Connys Tja Conny hält jetzt endlich mal das Maul Ach, come on Nein Schweine Du kannst ja erstmal an denen vorbei Wieso wird hier Wladimir Wackeroff zitiert? Das kann alles nicht sein Ist das ein Feind? Ja Warum stehen die mir rücken zu mir? Weil die gerade auf Farrar und Dings schießen Ah, Foy Foy Schreck Foy Foy Ah Schrauschka Foy Foy Ey, aber Also Wo soll ich denn noch hingehen, ey? Mann Kackspiel 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 Siehst du rechts oben da? Ja Rechts auf dem Gelände war noch einer Also wenn du den einen erledigt hast, ist dann noch ein anderer Ja Kannst du einfach direkt rüberlaufen zum Gebäude, oder? Ja, ich will erst mal schießen Von wo denn, Mann? Wo denn? Wo war denn der eine? Ja Direkt vor dir war das einer Ja Ja, okay Let's go Sofer den Oh, komm schon Ey, Alter Das ist genauso Genauso ehrenlos wie im Multiplayer Das sind vier Stück Da ist einer und vor dir sind drei Direkt vor dir ist einer Rechts Ey, Alter Nicht ins Feuer, nicht ins Feuer Ja Ist da oben noch einer? Ja, da ist noch einer Ach, komm schon, ey Ich hasse diese Typen Schild ist down, aber er lebt noch Ja Mann, ey Ja, geht dann zu dem Gebäude Lad nach Bleib doch nicht stehen Versuch von hinten rein zu kommen Mann, ey Alles von vorne Schön Ich kümmere mich dran Ey, ich hab so keinen Bock mehr, ey Ich hab so keinen Bock mehr Dieses Du guckst überall hin Und nirgendwo Ja, deswegen meine ich Komm mal lieber von rechts rein Weil da ist ja niemand mehr Ja doch, da hockt ja jetzt jemand Nee, der kam ja von links Da war doch einer in der Halle drin Ja, ja Genau Aber du bist ja mitten in die Halle reingegangen Anstatt von hier zu kommen Ey Okay Ach Ach Pfff Ey Ey Ja, das hängenbleiben Ja, ist er weg Ja, aber der schießt doch noch rein Ja, aber die Samtags noch rein Das war gut Ich hab doch hier eine Granate reingeroben Ja Ja Das noch Zwei Dritter steht da Lüff den Scheiß zurück Ja, hab ich da Gut Hast du gesehen, wo der ist? Ja, da oben links Ja Gehen in den ersten Stock Schnapp dir eine Munition Oh shit Da ist ja noch einer Schnapp dir einen Mund von Soap oder so Feindliches Fahrzeug leert sich Bestätigt dich sehr jetzt Mehr Conny unterwegs zu euch Ach shit, das sind noch welche Ich bin doch bis zum Oh shit Das da Fahrer Ach so, Fahrer Sieh noch jemanden? Ach, Kontrollfunk Schön Das ist mal eine normale Mission hier, ne? Das ist einfach mal eine ganz normale Mission, oder? Stoßen wir zu ihm Keine Panzerplatten oder so Ne, alles Ja, hier Schlauch Ja, Schlauch Sie sind weit weg von zu Hause, Kilo Genau wie Sie, Gold Eagle Alle Stationen Feindliche Hemis Setzen Verstärkung ab Verstanden Positionen halten Schützen haben Feuererlaubnis Roger Dann mal los Ey, der ist so langsam Ja, Singleplayer sind die Charaktere alle sehr langsam Das ist mir leider auch aufgefallen Sieht wie ein München aus München ist krass, ne? Ja Aber ich finde auch jetzt bei uns ist schon echt viel Das haben wir seit Jahren nicht mehr gehabt Ne, also so viel muss ich sagen War in Hamburg schon echt lang nicht mehr Also, oder länger nicht mehr Ich hoffe, ich komme hier noch her Heil weg Ja Ich bin jetzt hier in Hamburg seit 13 Jahren? 12 Jahren? Aber ich habe es noch nie so Zugeschneit gesehen Also, wir meckern auch immer gerne Aber ich finde gerade hier das Setting eigentlich ganz nice Das stimmt Also optisch ist es Echt cool Aber es ist ein Conny Also, hier fehlt zum Beispiel noch das I-Tüpfelchen Was es bei Modern Warfare 2 gab Mit dem Schiff, wo die Container hin und her gewackelt haben Ja Das fand ich ziemlich cool Von der Idee auch ganz gut Dass die Deckung halt nicht Nicht bleibt Ja, ja, ja Das fand ich auch cool Es war halt nur ätzend, wenn du zerquetscht wirst Ja, natürlich Der Wind frischt auf Der Wind frischt auf Ja, danke Mach sie kalt Mach sie kalt Hehehe Ui Okay Ah, warte mal Johnny 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 Soap McTavish Der Wind frischt auf Mach sie kalt Mach sie kalt Ich hab doch eben gegriffen Nach dem Ding Wie das streut, ey Das ist eine Scheißknarre, Alter Ich bin jetzt eine andere Ich hab doch Blau noch Oh Gott, oh Gott Scheiße 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 Ja, Mann Ah 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 Der Wind frischt auf Ey, wie weit dieser Radius dieser Granaten ist Das ist doch nicht normal, Alter Oder? Mhm Also Ich hab das Gefühl, ich muss jetzt noch deutlich weiter weglaufen, um aus dem Radius rauszukommen Und eben wollte ich zweimal zurückwerfen und es passiert nicht Ja, aber ich glaube, weil du dich nach vorne bewegt hast einmal Ja Nein, ich bin so dumm Ach, komm schon, ey Oh Gott, oh Gott, steh doch auf Lassen kann hier seine Freunde Alter Ey Jetzt war's schon wieder da Renn doch Das Fahrer, Fahrer, Fahrer Ich hab dir eine andere Waffe Ja Ja, ja Ich muss nur gucken, wo Hier liegt doch was tolles Soaps Oh, ein Scharfschlussengewehr Oh, komm schon, ey Schön Schön Oh, wir sind da auf Na gut Schießbude jetzt König ausgelassen Ja Conny ausgeschaltet Wir sind auf dem Weg zu dir. Das Problem ist halt, du hast gleich keine Munition mehr. Das sieht doch ein bisschen interessant aus. Blum. 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 Achso, jetzt müssen wir hier bleiben oder was? Mhm. Oh shit. Ja, da kommen die gleich. Pass auf, geh nicht zu weit nach vorne, denn jetzt kommen die mit den Fahrzeugen. Genau. Vor nachem schick. Die riecht so nach Essen. Oder? Frech. Ey, welche Knarre ist das? Ist das ja geil. Kastor. Kann ich nicht. Schön. War die noch auf? War nicht drauf. Fahrzeuge kommen gleich. Da sind die. Direkt vor dir. Oh, Smoke, die Scheiße zu. Da liegt ein MG. Wo? Rechts von dir. Das ist ein RPG. Rechts von dir. Guck mal nach rechts. Da. Da vorne. Da ist ein MG. Hinter dir, hinter dir. Das ist der Essensgeruch. Ja, ich, ich bin da auch gerade sehr irritiert. Der riecht nämlich lecker. Von der Verstärkung unter Deckst du uns. Wo? 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 Ja, da oben, Alter. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Bisschen tiefer. Weiter feuern. Wir können nicht weg, bis sie erledigt sind. Warte jetzt, warte jetzt, lad nach, und hinter dir kommen Glieder gleich. Da. Schön. Nein. Ach komm, Alter. Ach komm, ey. Ach komm. Da steht er im Weg, der dumme Huren. Boah, es riecht ja immer besser, ey. Es, hä? Ist das ein Carbonate? Weiß ich nicht, äh. Es riecht wirklich lecker. Auf dem Steg, auf dem Steg, auf dem Steg, auf dem Steg. Ja, aber ich weiß nicht. Mann, warum bewegt er sich denn so langsam? Mann! Schön. Boah. Unterschutz. Keine Müsepfanne, glaube ich, oder was? Hm. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich haben will. Sie jetzt in eine ganze Scheiß-Kompanie. Weiter feuern. Wir können nicht weg, bis sie erledigt sind. Es kommen weitere Conny-Fahrzeuge. Conny-Fahrzeuge. Okay. Meinst du, man kann jetzt hier hin? So ein bisschen? Ah, da. Fuck! Warum bleib ich denn nicht in Deckung? Oh, das Essen riecht wirklich gut. Ich warte, es ist nicht mal besonders gut, aber es riecht gerade einfach nur gut. Also, wenn es irgendwie so ein Maggi-Instant-Scheiß wäre, ey, das wäre schon krass. Schön. Wie kommen denn jetzt die Autos? Ja, warte doch erst, bis sie da sind. Ja, 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 ich warte auch. Ich habe doch nichts gemacht. Nee, 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 nee. Beim letzten Mal stand es ja so offen. Deswegen. Deswegen. Ich glaube mittlerweile, das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt schon bei irgendwelchen Handyspielen gemacht habe. Ich könnte mir echt... Ähm, ich... Ich bin der festen Bezeugung, diese Spiele sind mittlerweile auch wirklich schon sowieso Glücksspielautomaten konzipiert. Dass sie dir halt wirklich lange Zeit erstmal ein gutes Gefühl geben. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Und dann halt irgendwann halt nicht, also dass du halt von, keine Ahnung, von zehn Versuchen, sind sechs von vornherein dazu programmiert, dich scheitern zu lassen. Um ein gewisses Suchtgefühl zu erzeugen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ich würde zustimmen. Also es gibt... Ich würde... Bei den Spielen, aber nicht gerade hier beim Singleplayer-Spiel. Na, ich glaube, hier gibt es inzwischen auch Mechanismen, die halt, ähm... Wirklich. Achtung, Achtung. Okay. Wo schießen die? Hab ich nur noch zwei? Ja, du hast noch zwei. Und das ist noch eins. Das ist noch ein Fahrzeug. Schön. Also ich bin... Ich glaube, es gibt gewisse Spiele oder Stellen, da heißt es dann, ey, jetzt machen wir es ihm extra schwer. Jetzt hat er gar keine Chance, das zu machen. Und was weiß ich. Also ich... Ich sehe das ja immer bei diesen kleinen Mini-Aufgaben oder sonst irgendwas. Es gibt genug Runden, wo es eigentlich gar nicht möglich ist, dass du es schaffst. Wo es wirklich nicht möglich ist, dass du es schaffst. Und ich glaube, das sind absichtlich... Sind in solchem Spiel... Sind in den Spielen inzwischen Sachen drin. Wo du halt wirklich... Wo dein Ehrgeiz gepackt wird. Wo das... Wo das Suchtgefühl angesprochen wird. Wo... Ähm... Ja, du einfach dranbleiben sollst. Hey, das ist eine lose Vermutung von mir, ne? Ich will jetzt auch nicht irgendwie... Ich gehe stark davon aus, bei einigen Sachen ist es schon so, aber... Ach, nee, 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 nee. Das ist wirklich... Ich kann... Oh, jetzt riecht es ja aber wirklich, ey, das riecht so gut. Was wird das? Ohne die Sterne und Balken sehen sie aus wie scheiße, General. Die Besten der Besten. Alle versammelt. Nur eine Ausnahme. Was ist die Agenda dieses Kriegsrats? Eine Wahl. Gebt ihr mir eine... Nein! Ich bin ganz ohr. Reden Sie. Gestehen Sie alles. Sie wissen doch alles. Der Kongress nicht. Und ich wette, der wäre... Der wäre ganz ohr, meinen Sie nicht? Nur das... Nein! Waschen Sie mich rein. Sagen Sie, wer ich bin, was Sie mir ergaben und warum. Niemand sonst hatte den Mupp, das für Sie zu tun. Für alle hier. Dann tun Sie das richtige, General. All Ihr Wissen über Makarov und Ihren Hund Graves an der Leine. Sagen Sie ja und wir bringen Sie heim. Oder Sie kriegen Alleinzeit. Unterfrieren hier. Die Version liegt mir mehr. Der Gefangene muss sich auf Selbsterhaltung konzentrieren, damit er schließlich bricht. Gut, dass Sie sich an Ihr Training erinnern, General. Wenn Sie mich verarschen, John, dann wird es Ihnen leid tun, dass Sie mich verschont haben. Ey, diese Plattitüden, ne? Was haben die da jetzt besprochen? Okay, jetzt haben wir noch drei Missionen, oder? Ja, so ungefähr. Ja, die ballern wir jetzt bis 15 Uhr durch, Alter. Dann sind wir fertig. Guck mal, dass wir da verdanzen. Schön recyceln. Ach, da gönne ich mir noch mal jetzt. Ja, gönn dir einen Snack. Irgendwie ist da was verbuggt. Die sprechen alle durcheinander. Die sprechen alle komplett durcheinander. Dämonen, bitte. Guck mal, wenn Sie die Runde nicht mehr tun. Rainer, nicht für Dichter Fahrer, auch in den Klub. Richtig ja. Ich vertraue auf Seldung. Sie wollten doch Graves, nein. Roger. Genau das will ich Sie. Oh, das will ich. Ich schade eine Treaktivphase überwachen. Willkommen, lasst euch nicht schnappen. Nee, man sagt... Bleibt wachsam und fass auf. Du ziehst hinzeln. Roger. Nichts. Bei Call of Duty ist was verbuggt. Wie kann denn das sein? Wie kann das denn sein? Bleibt wachsam und passt auf. Viel Glück allen. Okay, das ist jetzt wieder so eine ätzende Mission. So eine offene Mission wieder. Cool, welche Mission war denn das hier nicht ätzend? Ja, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, die erste Mission hat mir am besten gefallen. Von der Inszenierung. Das war ja die mit dem Gulag. Wo man Makarov befreit hat. Also, das ist wieder so eine freie Mission. Wir haben wieder Plättchen. Wir können frei herumlaufen in diesem kleinen Bereich. Und wir müssen Bomben suchen, die wir defusen. Gehe jetzt rein. Ghost, Shadow hat Vorräte für dich reingeflogen. Aber Vorsicht, sie sind wohl von Conny umstellt. Kein Problem. Wenn du die Abwürfe werben kannst, wird das hilfreich sein. Aber bleib am Ball. Verstanden. Unten, oder? Da wurde der andere Soldat. Nee, doch nicht. Hinter dir wahrscheinlich. Hinter mir? Hä? Über dir. Ach, scheiße. Über mir. Ja, Scharfschützen auf den Dächern. Ja. Danke, Captain Obvious. Aufklärung, Registrier, Scharfschützen. Acht auf Dächern. Den hat er ja auf oben gar nicht gesehen. Als ich gelandet bin. Ist er da? Ach, da ist er. Jetzt will ich hin. Wo ist er? Ach, shit. Was hattest du sonst für eine? Die hier. Ja, komm. Bin ich sogar besser, ne? Ja, auch, ne? Das ist G36. Holger. Holger 36. Die gibt es jetzt auch als Kampfgewehr. Also das G36. Also zumindest gibt es eine Knarre. Also die Holger gibt es als MP, äh, als MG. Mhm. Die gibt es als Sturmgewehr. Und es gibt noch ein Kampfgewehr, glaube ich. Oder ein DMR. Eins von beiden. Okay. Die aber halt genauso aussieht, beziehungsweise der im Gehäuse nachempfunden ist. Wow. Ach, komm schon. Ui, ui, ui. Ja. Ich brauche, glaube ich, was Leises. Laut komme ich hier nicht weiter. Aber dann hat deine Knarre, die, das Sturmgewehr oder was, das Kampfgewehr, was du hast, hat das, äh, einen Schalldämpfer? Ich glaube nicht. Ich, nur die Pistole. Ja, ja. Machen wir so. Ja, dann nehmen wir es so, oder? Die Icarus. Die ist ja auch jetzt ganz geil, oder? Die ist ja relativ schnell, oder beziehungsweise wendig. Mhm. Und Wumms. Ups. Ah, da steht Steilklemmer. Ah, guck mal, da kannst du doch gar nicht viel schneller unterwegs sein. So, wer hat mich gesehen? Ja, der Typ da unten. Ja, komm, der ruht sich da aus. Nee, nicht der. Ja, okay. Der da unten. Der geradeaus runter. Der da. Oder? Der ruht sich jetzt auch aus. Das heißt, unter dir müsste jetzt eine Bombe sein, oder sehe ich das, oder, nee, Quatsch, vorne, unten, ja. Den da kannst du abknallen, oder? Und den. Aber irgendwo ist doch, irgendjemand hat mich jetzt gesehen. Ja, wahrscheinlich einer von denen, die da standen. Ach, komm schon, ey. Da geradeaus, geradeaus, ja? Keine Sprengsätze, das Kraftwerk ist sicher. Ich brauche mich gerade noch nicht zu looten. Aber den nehme ich doch mit. Wie viele? Ernsthaft? For real? Ach, ja, ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen markieren vorher. Hm, stimmt. Also mitnehmen, was geht? Ja, finde ich gut. Aber wir haben hier schon mal eine Steilklemme. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich hoffe, er ist erwartet. Oh, komm, den da oben erledigt als erstes. Kannst du mich auf den Drauffall lassen? Also, ab wann sieht er dich? Ich weiß nicht, eigentlich müssen wir mich hören. Kriegst du den da anvisiert? Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, die, die innen drin sind, die kann ich ja nicht markieren lassen. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Aber da ist eine Steilklemme. Also nur. Oh, shit. Den war nicht zu straßen. Wo ist er denn? Hä? Oh, what? Alter, da hinten! Wahrscheinlich ein Scharfschütz auf dem Dach. Ist doch Mut. 07, da sind Scharfschützen auf den Dächern. Sie erkommen, bei dem Gebäude im Südwesten. Das ist Gorans Kraftwerk. Turbinen sind drin. Wer ist denn jetzt Goran? Goran? Oder? Hat er nicht gesagt, das ist Gorans Kraftwerk? Guck mal, da unten irgendwo. Da, 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 da. Ja, hier, hier war doch einer, oder? Da, irgendwo, da. War der nicht hier? Guck mal, was blinkt denn da? Das sieht nach Loot aus. Da ist er. Da ist er gewesen. Das ist der Scharfschütze, von dem sie reden. Notfallsysteme drin. Ja, gut. Das sieht nach Loot aus, was ich höre. Och. Ach, komm. Schon wieder eine Steigklemme. Oh, Mörserschlag. Geil. Ja. Wir haben hier eine Fennec. Ja. Braucht kein Mensch. Überprüfe den Bereich, um das Kraftwerk. 07, ich habe keinen Sichtkontakt, solange du da drin bist. 07, rücke zu den Mordplätzen vor und entschärzt. Kein drängt. Den Scharfschützen habe ich. So. Da unten ist jetzt noch einer gewesen. Hier war da einer. Ja, da. Ja, da. Und zwei da unten. Na, die Plättchen sind da schon wieder alle. Lebt noch, oder? Ja. Ja. Ich fasse das mit dem Platt, ne. What? An der Stelle. Siehst du was? Ne. Das muss aber was sein. Ja, toll. Jetzt habe ich keine Platten mehr. Irgendeiner schießt von unten. Ja. Regenerier nicht genau. Ja. Boah, das ist... Ah ja. Willst du nicht den Mörserschlag irgendwie irgendwo hinsetzen? Ja. Oder meinst du den brauchen wir noch? Den brauchen wir noch. Alarm! Alarm! Guck mal, das waren da unten. Da war so eine... kleine Sunnybox oder sowas. Da da? Auf der Rückseite von dem... Jetzt rechts, 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 rechts. Recht, da. Ne, das ist... Gas. Gas. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh, shit. Alles, was ich nicht sehen möchte. So viele Punkte. Ja, und ich keine Rüstung habe. Scheiß. Scheiß, direkt unter mir. Ja, aber lass dich doch einfach mal an einem Ruch kommen. Guck mal da. Ich würde nicht zu nah an so einem Fenster. Da kommt noch einer. Oh, what? Ach, komm schon, ey. Das Simismus hat noch keine Schlacht gewonnen. Siehe, mein Leben. Wo ist der denn hier? Da, unter dir. Da. Ich würde ihn gerne runterkicken. Aber guck mal, was hat der denn alles? Ja, gut. Ne, war sein Scharfschützengewehr, vielleicht. Ja, Scharfschützen... Er ist zu laut. Zu laut. Zu laut. Ja, echt nicht dein Ernst. Diese Spiegel. 07, ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan. Ein Conny weniger auf der Welt. Ist das einer? Ja. Ich hab's nicht ganz erkennen können. Und trotzdem wird nachgeladen. So viel Schuss. Guck mal, da könntest du noch einen Mörderschlag... Ah, ich muss den erst mal holen. ...atraktivität beim südwestlichen Gebäude. Das ist das Kraftwerk. Mit den Turbinen. Ede Wetter, dass das entweder... Aber ja, vielleicht... ...wärst ein bisschen Ablenkung. So. Äh... Dauer. So. Wenn du da... Meine Herren! Hier, weißt du, wenn du da, wo die alle sich konzentrieren... Das sind ja noch. Ja, genau. Zack, da einfach mal so... Hopp. Die sind jetzt scheinbar drinnen, oder? Oh, komm mal. Oh, what? Was war das? Was ist das hier? Ja, das scheint nicht zu sein. Das sind Sprengladungen. Ja. Hinter dir. Ja. Warum kriegst du, wenn der hinter dir ist? Ach, komm schon, ey. Es ist so frustrierend. Man weiß eigentlich, wie es geht. Es ist wirklich frustrierend. Oder man weiß eigentlich, wie es sein müsste, wenn man in seiner Fantasie quasi da als Rambo durchmarschiert. Der ist eindeutig fertig. Weiter vorrücken, 07. Uns läuft die Zeit weg. Dumm. Die das nicht getestet hätten. Na gut, die haben nicht viel Zeit, muss man fairerweise auch sagen. Wo? Kontakt, wo? Fuck you, direkt vor mir? Wie habe ich den nicht gesehen? Das tut so weh. Ich wusste doch, dass er da war. Ich wusste doch, dass er da war. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to slash affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Dann rutscht er hier runter. Hat er sich geduckt? In dem Moment, als du geschossen hast. Siehst du, das meine ich. Das Spiel will einen wirklich bewusst ficken. Ich sag's immer wieder. Es ist im Multiplayer so. Und warum sollte es hier anders sein? Das Spiel will einen wirklich zermürbeln. Da, wo es kann. Oh Gott. Ausradiert. 07, rücke zu den Bombenplätzen vor und entschärfe sie. Die Zeit drängt. Jetzt erstmal zu dem... Da hinten hin. Da hinten scheint noch was zu sein, oder? Wohin? Ich will jetzt einfach zu der Bombe da hin. Was denkst du? Ja, wenn du dich halt nicht wieder wegkriegst, wenn jemand von hinten auf dich schießt. Ja, komm. Gleiten. Gleiten. Wir gleiten. Ich sehe, Conny, einhalten am Fuß des Dumps, Roger. Roger, Gesicht. Schaue mich in der Kontrollstation um. Achtung. Habe Sichtkontakt zu dir verloren. Oh! Da ist eine Claymore. Das ist eine Claymore, ja. Roger 1, Jackpot. Die Bombe ist drinnen. Verstanden. Entschärfe. Wollen wir erstmal gucken, wie der Mist gebraut wird. Ach, komm schon. Bitte. Ich hoffe, das ist jetzt mal ein Speicherpunkt, oder? Nope. Nein! Nope. Ach, ey. Bravo, 7-1 an Watcher 1. Hier ist Watcher. Wir haben hier oben ein Problem. Die Kanister im Wasser. Noch intakt. Oh-oh. Das haben wir nicht gehört. Makarov flütet nicht nur die Stadt. Er verzeugt auch das Wasser. Ja, wir haben eine Beste. Das ist schon mal gut. Oh, komm mal, die hat. Ja. Die Arbeit. Zumindest haben wir hier schon eine 2er-Beste. Die bleibt ja auch. Wer hat die Claymore dahin ge- Ach, die war schon die ganze Zeit. Da bin ich noch gut reingekommen. Weiter vorrücken, 07. Und läuft Zeit weg. So, das ist unsere Claymore, oder? Wird nur keiner langlaufen, der damit hochfliegt, oder? Ja, okay. So, jetzt geradeaus in dem Gebäude. Da rechts, da rechts, da rechts. Da rechts, da rechts. Ausgeräuchert. Watcher 1, Conny bewacht ein Gebäude im Südwesten. Finde die Sprengladungen und entschärfe sie. Ich kann nicht durch Wände sehen, Gold. Sei vorsichtig. Was ist denn das? Das ist jetzt von alleine in die Luft gegangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm her. Ich kann mal auf die Dicken von hinten zu kommen. Oh, Panzerplatten. Musst du hoch, oder musst du... Ich gehe erstmal alle hier umringen. Habe ihn erwischt. Das ist gut. Wahrscheinlich über mir einer. Draußen auch noch einer. Guck mal, der wusste, aus welcher Richtung du kommst. Kann er gar nicht. Kann er nicht. Ach, unter mir. Bin ich doch ein Geist. Ah, schön. Ach, Loot, ey. Was haben wir? Claymore's? Nee, du hast doch... Hä? Du bist ja jetzt gut ausgestattet. Ja, aber da waren noch Claymore's. Die habe ich einfach mitgenommen. Ja, ja, nee. Aber du brauchst ja jetzt kein... Also, ich weiß nicht, das... Nee, nee. Ich nehme das Scharfstandsgewehr nicht mit. Wenn du willst wählen. Nee, mit dem hier und dem Maschinengewehr... Solltest du ja eigentlich auch... Sollte ich jetzt hier eigentlich... Aber wo war nochmal das... Das Geschütz? Wir hatten doch noch ein Geschütz mitgenommen oder mitnehmen können. War das nicht hier? Scheiße. Du hast vollkommen recht. Es lag ja an der Wand. Da ist es. Es stellt sich die Frage, Geschütz mitnehmen oder... Weil ich nehme das Geschütz nachher mit. Fuck. Ja, jetzt wo du entdeckt bist, solltest du vielleicht den Wörterschlag irgendwo... Anbringen. Moment, Moment. 07, da kommt ein feindliches Fahrzeug auf dich zurück. Ah, ein Fahrzeug. Ja, gut. Aber warum was sind... Nö. Dass er auf die Ideen kam. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Highground suchen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also erstmal nach oben und vielleicht abwarten, bis da alles weggesnackt worden ist. Scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Okay, das Fahrzeug da kam wohl gerade an, oder? Ja, ja, da sind die ausgestiegen und sind wahrscheinlich in die Richtung gegangen. Das Geschütz hat die dann gesnackt. Ja, geil, geil. So, da vorne ist irgendwo eine Bombe, ne? Ach, da an dem Ding, an dem Geschütz. Oder? Also es müsste ja eigentlich da sein. Der lebt noch, oder? Ja, nee, nee, ist hier unten. Nee, der ist ziemlich tot. Aber kannst du hier nicht jetzt hin und das Geschütz... Vielleicht sollte ich genau das andere Visier, ne? Shit. Hinter mir? Nee, nee, alles von vorne. Oh doch, Entschuldigung, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Aber ein Thermo-Hybrid-Visier ist auch interessant. Füllt noch. Gibt's im Multiplayer nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Guck mal, wenn da jetzt noch einen Mörserschlag gibt. Ich hab einen Mörserschlag. Ja, komm, dann mach den doch da hin. Komm, lass uns, guck mal zu. Rücke zu den Stegen vor. Nichts getroffen. Glätschen für alle. Na, da ist es. So, gibt's jetzt hier mal einen Kontrollpunkt? Nein, gibt's natürlich nicht. 07, wir haben feindlichen Funkverkehr abgefangen. Conny hat vier aktive Sprengkommando-Team. Vier Teams, vier Bomben. Heißt, wir müssen noch zwei weitere. Schießt noch nicht, oder? Scheiße. Ach, da oben ist ein Scharfschützer. Ganz dreckig. Geschütz. Ach, fuck, ey. Da oben ist ein Scharfschützer auf dem Dach. Ja, hab ich hier. Aber warum ist denn hier nicht mal ein Speicherpunkt, Alter? Das ist doch fies. Ach, scheiße. Ah, was ist das für ein rotes Licht? 07, ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan gegen uns. Schön im Abwasser. Wir sehen nämlich erst mal nicht. Ah, naja. Vielleicht doch. Das Problem sind tatsächlich die Scharfschützen, ne? Ich brauche mal wieder eine Panzerplatte. Also, da hinten ist ja noch irgendwie ein Fragezeichen. Ja, aber ich kann ja frei herumlaufen, deswegen. Das wäre mir recht egal. Tau, 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 tau. Boah. Oh, dieses Geschütz, ey. Ist das ein Automatikgeschütz, oder? Naja, ich glaube schon. Sollte ich es da nicht hacken können? Ja. Wo muss hier was sein? Ach, unbedingt Panzerplatten, sonst gehe ich da nicht in die Nähe. Was ist gerade verarschend von dem Ding? Scheint so. Da war nur ein Helm. Da in dem Häuschen vielleicht. Ja, dachte ich auch gerade. Ah. Wacht was als nichts. 07, rücke zu den Bombenplätzen vor und entschärfe sie. Die Zeit drängt. Ja. Eine Drohne. Ist schon mal gut. Moon. Self-Revive. Ah, come on. Da links. Da. Ah, da ist eine Kiste. Oh, guck mal. Das ist doch schön. Aha. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Okay, dann machen wir erstmal. Weiter vorrücken, 07. Uns läuft die Zeit weg. Ja, 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 ja. Die stresst aber auch. Also hier ist keiner mehr. Da ist nur noch das dumme Geschütz. So ein Airstrike wäre nicht schlecht. Da sind Conny-Truppen um das Gebäude positioniert. Ich schau dir erstmal heute aus. M16. Ach, M16 ist drin. Ich würde das M16 nehmen, oder? Ich habe mehr erwartet. Ich habe tatsächlich gedacht. Gesundheit. Oh, danke. Dass sie alle so eine schöne Range haben, ne? Schweine. Was dachtest du, wenn ich schaust, wenn ich mir was hier angepackt habe? Das ist nicht dein Scheiß ernst. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Aber keine Panzerplatten. Das macht das kompliziert. Das macht die Sache echt kompliziert. Glaubst du, ich kann das Geschütz ausschalten? Ja, kannst du, aber man muss halt viel draufballern. Das ist halt so. Ist kaputt, ne? Mhm. Zieh. Komm, das kriegen wir hin. Tablets funktionieren unter Wasser? Ja, das ist doch wahrscheinlich da, wo die jetzt alle rumstanden, oder? Ja, ja. Da sind die jetzt gerade. Da, ach, da ist die Holger, wenn du gesprochen hast. Da, guck mal. Ja. Komm, das regelt, das regelt. Wollen wir da laut rein? Was denkst du? Weiß ich nicht. Komm, wenn ich mag, dann nicht gewinnen. Gut, Frage hat die übrig. Aber vielleicht machst du dann einfach die Dings an? Die Drohne? Die Drohne? Ja, warte. Aha, guck dir das mal an. Schon wieder. Bedrohung eliminiert. Geiss. Das ist mehr als gedacht. Ja, umso besser für den Granat-Level. Ah, nein! Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Der Pi sagt mich hier. Nein, scharf schützen. Fuck. Scheiße. Schreck. Ich fühle mich so gut. Bleib unten, bis du wieder gesund bist. Und wo schießt der denn? Ist der Pisser. Ich fühle mich so gut. Kriegsdienstverweigerer? Erwescht. Ich schicke Blumen. Kriegsdienstverweigerer? Nee. KVD ist er. KDV, oder? Nee. Ja. Nicht ganz. KVO. KVO war das? Okay, wieder Plättchen. Das ist doch ein Truck, ne? Ja. So, das waren doch jetzt vier. Jetzt muss ich auch wieder rauskommen, oder? Kontrollpunkt. Oh, Gott sei Dank. Ja, gut. Was ist da? Was steht da? Zu den? In den LTV ansteigen. Ja, komm, dann kannst du mit dem fahren, oder? Ja. Willst du mit dem fahren? Ja. Ich hab ne Bombe auf dem, oder? Wir kommen ja nicht weit, ne? Äh, gut. Kannst du nicht da geradeaus durchfahren? Hier? Ja. Das sind Sperren. Kannst du durchfahren. Was musst du machen? Exkultationspunkt. Wer ist da? Da hinten. Aber egal. Oh, shit. Hast du doch deinen Granatwärter? Oh. Oh, hau ab. Was war denn das? Keine Ahnung. Irgendwas ist explodiert. Da ist der Hubschrauber. Ist doch ziemlich heiß, die Zone. Ich will nicht auf den Hubschrauber ballern. Oder ist das nicht dein Hubschrauber? Da ist unser Hubschrauber. Apache. Bewegt deinen Arsch. Bin unterwegs. So, 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 so. Halleluja. Alter, das war ne Mission. Geil. Aber? Geil. Geschafft. Komm, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Ah, jetzt haben wir... Ne Stunde hab ich noch. Ja, komm. Ähm, wir haben ja jetzt noch, äh... Zwei haben wir noch. Die nächste Mission... Die nächste Mission ist ja nur AC... ... also solltet ihr hier... ... Gunship, ne? Spectrum Gunship! Mit Pfarrer und Alex wird es gelingen. Du und Graves hat im selben Team, John. Vergiss das nicht. Ich vergesse gar nichts. Sieht gut aus, Jungs. Sieht gut aus, Jungs. Wir sind bereit für Precheck. Bereit für Precheck. So, was ist das jetzt? Ist das jetzt ne... Das hier läuft grad parallel. Ja, lass los gehen. Wir agieren gemeinsam. ULF, 1, 2, 1 und Shadow. Alle zusammen. Aber, aber... Ist das jetzt Zeit? Ja, ja, genau. Graves war doch ein Wichser, oder nicht? Ja, Graves war ein Wichser. Gemeinsam mit Shepard. Aber die arbeiten trotzdem zusammen. Aber haben wir nicht damals am Ende... Wir hatten ihn getötet, eigentlich. Er war ja im Panzer, falls du dich erinnerst. Also ich wollte doch grad sagen, die Endschlacht war doch gegen ihn. Ja. Aber, jetzt kommt's, in der letzten Multiplayer-Season, als er da ins Charakter angekündigt wurde, hieß es dann, hä, wie hast du ihn überlebt? Na, ich bin rechtzeitig aus dem Panzer ausgestiegen. Wer soll das denn raffen? Das ist ja noch schlimmer als Marvel. Ja, es ist das Call of Duty Cinematic Universe. Ja, ich bin gespannt, wann das mal soweit sein wird. Ich mein, sie reden ja schon die ganze Zeit von und sie planen ja schon Ewigkeiten so, aber... Auf der anderen Seite, ey... Ey, filmtechnisch, find ich, bisher war Black Ops 1 so eines der Sachen, die sich am besten umsetzen ließen. Ja. Als Thriller, beziehungsweise auch irgendwie... Ja, weil das auch bei der verschobenen Wahrnehmung und so eigentlich nicht ganz cool war. What are these numbers? Okay, mach du mal weiter. Ich? Ja. Ich dauere doch wieder so lange. Ach, das ist doch immer ganz lustig. Baller's doch gern. Was soll ich jetzt machen? Wie wechsel ich nochmal auf... Wird gleich stehen. Ist ja alles noch rot da eben. Drücke LT, um zu zoomen. Alter, wird ja alles noch in Ruhe erklärt. Schüsse, Sichtkontakt bestätigen. Du bist dran, Schüsse. Du musst dich suchen. Ja, wen? Soh mal raus, soh mal raus. Die eigenen Truppen, die blinken doch immer. Ja, da unten. Sichtkontakt bestätigt, markiere. Bodenteam, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden, unser Ziel sind die zwei Hangars. Wir wägen uns auf euer Zeichen. Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof. Bodenteam, Position halten. Wir sichern das Gebiet. Schütze Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen aus. Welche denn? Dann mal an die Arbeitsschädels. Welche Bedrohungen? Ja. Die Bösen. Die Roten. Let's go. Direkt. Conny weiß, dass ihr hier seid. Guter Schuss. Bevor die Rakete aufs. Bedrohungen in den Laut auf. Conny beim Kommunikation. Ah, Raketen hat man jetzt. Die hat es aber auch gemacht. Das ist eine Raketestellung, mein Turm. Schütze eine Rakete auf diese Stellung. Auf welche? Hm, ich komme nach oben. Die markieren doch gerade. Die markieren mit dem Laser auf die Stellung. Feindliche Raketenstellung. Du hättest Flares einsetzen müssen. Und wie kann ich die einsetzen? Steuerkreuz nach unten. Boden Team, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Bewege unser Feuerzeichen. Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof. Boden Team Position. Halten wir sicher das Gebiet. Erstmal die da unten alle schalten. Schütze Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen aus. Flugzeug. Bug. Abzug. Dann mal an die Arbeitsschädels. Feuern. Conny weiß, dass wir hier sind. Bedrohungen im Nordort. Conny weiß, dass wir hier sind. Jetzt wir den Turm ins Visier nehmen. Das ist eine Raketenstellung, mein Turm. Schütze eine Rakete auf diese Stellung. Schöne Rakete rauf. Conny Ziel nach uns. Ich kann nicht schießen. Ja, weil gerade nachgeladen wird. Jetzt. Jetzt. Feindliche Raketenstellung. Unter Treffer. Ziel zerstört. Dein Süden. Conny rückt auf den Friedhof vor. Shadow 1. Boden Team hat Kontakt. Feuer frei. Verstanden. Wir sind drin. Oh, oh. Äh, so. Hören wir auch was zu zoomen. Achso, du zoomenst schon gar nicht. Ich bin hier auch korrekt. Ach, das vorne. Feinde auf dem Friedhof. Direkt. Guter Schuss. Geht auf. Hade, sieh mir doch durch den Friedhof vor. Weiter, weg und geben. Alles klar. Shadow passt auf euch auf. Guter Schuss. Was glaubst du, was ein Call of Duty heutzutage machen müsste, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, wie damals mit dieser Mission im ersten Modern Warfare. Das sind deine Truppen. Ah, nee, doch nicht. Im ersten Modern Warfare oder jetzt in die Snow Russian. Unten. Unten beiden Truppen. Links. Sie haben es ja mittlerweile schon alles gemacht und ausgereizt. Oder? Ich würde sagen, sie sollen endlich mal ein Szenario nehmen, was sie halt nicht so richtig gespielt haben. Also ich meine, also, ja, ey, keine Ahnung. Ich meine, Kriegsspiele halt, ne? Ich bin jetzt auch wieder bereit für so, äh, so ein Advanced Warfare. Nee. Also. Wie fandest du denn das damals mit den Jetpacks und so? Naja, das waren ja noch diese Anzüge, oder? Ja, ja, genau. Also diese Double Jump Dinger, Wall Runs. Ja, das hat, das hat mir zeitlang Spaß gemacht, so. Wann's Warfare eingeführt wurden. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich vom Gameplay her so viel Unterschiede gemacht hat, beziehungsweise ob man das dann wirklich so, also ich fand das bei Titanfall halt deutlich besser gelöst, beziehungsweise deutlich, ähm, spaßiger, beziehungsweise eingefügt, weißt du? Also was? Ja, es ging ja mehr in die Horizontale, dann irgendwann. Was soll ich jetzt machen? Den Flieger abschließen. Wenn der in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Der Jet Hitler. Nice. Luftüberlegenheit, Shadow. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Wer ist dann denn? Haltet die Worte gar nicht in die Westen. Sorgt für die Sicherheit, dass Bodenteams nicht auf die Hangars feuern. Nicht auf die Hangar feuern, ne? Das war ja kein Hangar. Nee, ich wollte nur sagen. Ich schieße auf die Drohne da. Links, links, links. Ja. Ich schieße doch nicht auf die Hangars, Mann. Ich bin so dumm. Ist auch okay. Holy shit. Das sind die Hangars? Ja, dort wo die drin sind. Da soll sie nicht hinschießen. Ja, okay. Schieße ich auch nicht. Nach oben, nach oben. Ich meine, es sieht, also, es sieht, es sieht, es sieht, es sieht, vom Hangar aus nach oben. Ich bin so dumm. Nee, links, 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 aber da. Sie werden im nächsten Hangar sein, um die Sie reichen. Willkommen in Susikstra. Raketenbeschuss von östlich des Hangars. Auf die Raketen, der Fachmeiler. Raketen, der von Summa. Panale Stationen, Hangar 2 ist sicher. Wir haben die Chemikalien gefunden. Makarov? Negativ, er ist nicht hier. Heißt das, wir müssen jetzt in der nächsten Mission das am Boden spielen? Nee, okay. Schauen Sie die Chemikalien. Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam, bis der Job erledigt ist. Verstanden, Gold Eagle. An alle Stationen. Wir fangen Conny Kommunikation von außerhalb der Basis ab. Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung. Auf ein Großaufgebot vorbereiten. Verstanden, Kommando. Oh, da kam was. Was gesehen? Hier sind noch mehr. Oh, da muss ich ja ganz schön in Vorhalle gehen. Mhm. Das ist ein Helikopter. Knall ab. Ja, reiß dich vom Hangar fern. Raketen im Anschluss. Flair, 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 Flair. Oh, wie, 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 wie? Unten, unten. Steig, was ist noch unten? Bitte, bitte, bitte. Lass mich jetzt nicht alles nochmal von vorne machen. Nee, nee, nee. Komm mal. Okay, Flair, Flair, Flair. Da ist er. Wir sind nach unten. Flair, Flair, Flair. Zu spät. Hm, Mist. Schön im Flug. Raketen im Anschluss. Wo sind die? Ich habe keine Ahnung, von wo die schießen. Scheiße. Flair, 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 Flair. Ja. Das ist der Panzer, der noch die schießt. Go. Huh? Huh? Ich liebe einen schnellen Abzug. Okay. Einfahrzeuger. Kommt durch das Treibstoffdepot nördlich von uns. Schnellauer 1. Achtung. Führen, dass wir sich bei einem Gebäude am westlichen Ende der Rollbahn. Nach die Station. Alle Station. Connie plant einen weiteren Angriff. Begraben wir sie. Weiß sichergestellt kommt vor westlichen Ende der Rollbahn. Das ist Connys Basis in O6-Train. Legen wir sie von der Karte. Crew, legen wir los. Shadow 1, die Landkarte schütze. Heide sie zurück. In der Luft, jetzt haben wir ein großes Problem. Der Jet ist ab. Shadow 1, die Team beschützen. Schütze schießt sich. Scheiße. Schütze, heide sie uns vom Leif. Ja, den hättest du abschießen müssen. Ja, aber den hab ich nicht wieder. Ja, ich hab's auch nicht mitbekommen. Aber vielleicht. Ja, gut. Wir müssen nicht so weit zurück. Schütze, 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 schütze. Da sind Zingen an deinem Tower. Feindliche Panzer direkt aus sich berufen. Shadow, wäre Panzer, darf die Chemikalien nicht treffen. Auszeit. Die Panzer aus dem Land. Was? Hä? Hm. Das ist Zingen an deinem Tower. Feindliche Panzer, darf die Chemikalien nicht treffen. Rakete, Rakete. Shadow, wäre Panzer, darf die Chemikalien nicht treffen. Ich meine nur Rakete, dass die Rakete grad kommt. Sorry. Jetzt, Flayer. Shadow, wäre der Panzer, darf die Chemikalien nicht treffen. Auszeit. Ey, Leute. Ach, der Panzer schießt nicht auf mich, oder? So, jetzt reicht. Der Panzer schießt auf mich und der Trupp genau, wo du grad hin zielst. Da schießt, schießt eine Gruppe auf dich. Ich bin so dumm. Jetzt, Flayer, 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 Flayer. Okay. Nochmal. Flayer, Flayer, Flayer. Oh, die Rakete, rollen. Nochmal, Flayer. Rollbahn, Rollbahn. Rollbahn, Nachrichtung, alle Stationen. Conny plant einen weiteren Angriff. Wo ist der denn denn? Weiß ich grad auch nicht. Da ist er. Da kommt er grad raus. Rechts, 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 rechts. Weiter rechts. Da. Achtung, Türen öffnen sich bei einem Gebäude am westlichen Ende der Rollbahn. Nachfriedung, alle Stationen. Conny plant einen Angriff von Angren. Begraben wir sie. Der Flieger kommt raus. Das ist Connys Basis. Das ist ein Lektor. Fägen wir sie von der Karte. True, legen wir los. Da habt ihr's mit, Kerle. Jet Nummer zwei ist erledigt. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Scheiße. Okay, dem Anruf. Flayer. Aller weiß, der Hangar. Heitet sie zurück. Wo ist denn? Ich weiß gar nicht, von wo die kommen. Flair, Flair, Flair. Wo denn? Wo war da eine? Willst du mich... Ich weiß nicht. Jet Nummer zwei ist erledigt. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams. Wärst du dir nicht. Ja, ein von Shadow. Also Conny, Flackgapter. Flair. Was geht dem Anschluss? Flieger, Flieger. Wo? Ja, nee. Ich dachte, das waren halt nur die Fußsoldaten. Flair. Flieger. Ja. Mann, warum schaltet er denn so dumm rum, ey? Leer. Wo ist denn dieser blöde... Fläger. Wieder. Wo kommen die denn her? Wo schießen die denn? Nein. Nein. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Doch für die Sicherheit des Bodenteams. Öffne Feuer. An der Station. Laut Abhörungen ist Makarov in der Basis. Er hat es auf die Chemikalien angesehen. Bodenteam bereit zur Exfiltration? Negativ. Chemikalien sind noch aktiv. Brauchen mehr Zeit. Verstanden. Sichern. Vor dem Hangar. Joach. Ach. Ne, ne. Was ist das? Ein Helikopter. Ne, ne. Der Helikopter will den Hangar zerstören. Brauchen Luftunterstützung. Rechts, drüben auf der DASF-Chemikalien treppen. Feindlicher Heli geht runter. Jetzt haben wir dich voll anrufen. Aber den habe ich jetzt, oder? Den hast du. Einvermeidlicher Vogel abgeschossen. Wladimir Makarov ist tot. Wladimir Makarov ist tot? Wie soll das denn gehen? Er saß in den Helikopter anscheinend. Er hat mir Makarov mit den Chemikalien. Verstanden. Zero-1, Bodenteam ist draußen. Mach den Hangar platt. Schütze raus damit. So, was jetzt? Abwarten. Da haben wir eine Rakete drauf. Auf den Hangar. Treffer, der Hangar ist zerstört. So wird das gemacht, Shadow. Das ist mit Daniel, Wladimir. Okay, der ist jetzt tot. Also man sagt uns, der ist down. Oder was? Ja, du weißt ja, wie... Ja, aber das ist doch... Also wirklich, Freunde, wir spielen das Spiel hier schon seit über 10 Jahren. Erzählt mir doch nicht, dass er in dem Off gestorben ist, der hier der große Endgegner des Spiels ist. Das ist doch beschwert, ey. Ohne Leiche kein Toter. Fertig. Och, ist er doch nicht gestorben. Wer hätte es gedacht? Welche Überraschung. Da draußen ist nichts weiter als Feuer und Schwefel. Mehr Bestätigung brauchen wir nicht. Sex auf die Eins. Sex hört. Es ist vorbei schon. Der Mistkerl ist in der Hölle. Das dachten wir auch von ihrem kleinen Shadow, Graves. Makarov ist tot, Captain. Kriegen Sie das in Ihren Schädel? Igel endet. Schepard sieht nur, was er will. Sein Name rein und eine Medaille an der Brust. Was siehst du? Was ich nicht sehe, macht mir Sorgen. Wenn er lebt, werden wir es wissen, Cap. Und wann? Was ist die Frage? So, letzte Mission, oder? Ja. Als ich es gespürt habe, dachte ich tatsächlich, das wäre die letzte Mission. Ich dachte, okay, das würde sowas von passen. Ja, ne? Zu dem ganzen DLC-Charakter. Und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Farah Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein. Farah Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim und ihre Missionen gegen Al-Katada und russische Einfälle in Ur-Sigston. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe, bitte. General Shepard im Oktober 2022. Befallen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Taskforce unter Ihrem Commander des Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Mr. Graves. Erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF-141? Ja, so war es. Ruhe, Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! Ruhe! Okay, das ist jetzt... Die sind sich in den Rücken gefallen. Sie retten nur ihre eigene Haus. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss. Man führt einen Krieg zu Ende, mit dem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick! Flieg Fahrrad zurück, ja? Wirkt gemacht, Captain. Okay, Graves hat jetzt seinen Boss quasi ans Bein gepinkelt. Ja. Während sie vor Gericht hocken. Ja. Natürlich auch clever. Heilige Scheiße. Lebt Makarov noch? Och. Wer hätte es gedacht? Erlebt ihn? Sein Rufzeichen. Was machen die in London, Aswell? Laut Aufklärung trifft sich Conny morgen mit einer bekannten Black Hat im Greensbury Park. Eine Hackerin. Das ist unsere Spur. Auf was will Conny Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Conny ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos... Conny ist in London. Conny ist in London. Connys Welttour. Conny geht auf Welttournee, ja. Und bringt alle um. Die Hackerin hat natürlich einen Kapuzenpulli auf. Natürlich. Wahrscheinlich hackt sie auch mit Lederhandschuhen. Und schreibt wahrscheinlich jedes Mal Hacken, Hacken, Hacken in die Tastatur. Hack, Hack. Oh Gott. Schon wieder so eine Zivilistenkacke? Ja. Ja, it's your turn. Ach, komm. Ja, gut. Ja, gut. Aber wenn geschossen wird, ne? Dann machst du das. Wie, wenn geschossen wird? Ja, wenn geschossen wird. Natürlich wird geschossen. Wir spielen Call of Duty. Ach, stopp. Aber das ist die letzte Mission jetzt, ja? Auf einem Rummelplatz. Ach, war doch ab. Worauf? Geil, das sind Vorbilder. Schön eines Möken. Auch noch den Rauch ins Gesicht blasen. Ah, komisch. Wir sind aber 18. Ja. Komm, snick dem Hund mal die... Ach, der Hund... Oh, willst du auch eine Zigarette haben? Oh, ein paar Souvenirs kaufen? Was gibt's denn da für Shirts? Ten Union Jack auf dem T-Shirt natürlich. Ja. Hatte Gas ja auch auf seiner Cap. Was gibt's hier noch? Na, sieht alles nicht so geil aus. Willst du dem Typen? Oh, hier, beweg den mal. Gib dem Geld. Beweg den mal. Ja, ja, du musst ihm Geld geben. Da, schmeiß da Geld rein. Ich hab kein Geld mit. Kannst du deine Waffe zücken? Was ist jetzt los? Das war's. Das war's? Das war's jetzt gerade. Jetzt geht's noch mal weiter. Jetzt spielen wir Remember Me. Das ist wahrscheinlich der Käufer. Okay. Spul die Auszeichnung zurück. Bin ich hier in Watch Dogs, oder? Da, da, oder? Das soll, der die Gasse verlässt. Da, 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 da. Der mit Orangen und Käppi. Jetzt musst du vorspulen. Und wo geht er hin? Guckt er her. Und da geht er in den Laden. Da geht er rein. Da geht er durch. Und wird vom Bus verdeckt. Nee, da hinten geht er wieder raus. Oder? Der ist da hinten rausgegangen. Ohne ist mal einen anderen Winkel. Da, guck, da ist er. Da ist er. Zack, zack, zack. Und da ist er. Nee, da. Da unten rechts. Da ist er links weg, ne? Ja. 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 Das ist ein gutes Versteck für Conny. Conny versteckt sich im U-Bahn. Schacht. Conny versteckt sich. Conny in England. Conny ne Kase Matte. Conny, Kaufwaffen für die Terroristen. Ja. Conny finanziert den Terror. Oh, scheiße. Oh, shit. Was hast du jetzt gemacht? Ach, über nichts. Passiert. Wow. Das wäre, glaube ich, Top 5 Darwin Award. Darwin Award wäre, wenn ich selbst draufgeschwungen wäre. Ja, oder? Ich weiß nicht. Okay, ich glaube, das geht immer nur darum, sich selbst zu verletzen, ne? Gut. Andere zu verletzen. Dann wärst du von Amnesty International für den unglücklichsten mehrfachen Mord aller Zeiten fertig gemacht. Der unglücklichste mehrfachen Mord. Ja. So, das heißt, wir gehen jetzt in den U-Bahn-Schacht und haben schon wieder Nachtsichtgeräte auf. Nee, nur die haben U-Nachtsichtgeräte. Das ist hier eine dieser Das ist ein Shotgun, ne? Da war irgendein Laserpointer. Das Geschütz muss weg. Raus? Ja. Schießt trotzdem. Oh, das ist sogar eine Dings-Mission. Hm? Was? Was ist mit einer Mission? Eine Platten-Mission. Panzer-Platten-Mission. Ist das? Nee, du hast eine. Da hab ich drauf geachtet. Aber diese Mission ist eigentlich streng-linier. Hat einer im Klo auf dich gewartet. Mann, Mann, Mann. Das ist wie GoldenEye damals. Der musste wohl gerade noch ein Geschäft erledigen. Mh-mh-mh-mh-mh. Tja. Warte. Ich kann nicht versorgen mit Waffen. Ernsthaft? Echt jetzt? Komm. Da ist aber noch einer, oder? Ah ne, das ist das Schütz. Kannst du das hacken? Da ist wirklich einer gewesen. Ach, komm schon. Wo? Ich glaub, das hat einer von deinen geschmissen, oder? Das war eine Granate, die irgendjemand geschmissen hat, um das Geschütz kaputt zu machen. Jetzt haben alle wieder Platten, ey. Das ist so ewig. Oh, das ist so die schlimmste Art von Gegner. Schmeißt doch eine Granate. Spätestens dann muss er weg. Ja, ich warte immer, bis ich geheilt bin. Oh Gott. Da hin? Ach Gott, das war ein Kameran. Ja gut. Konnte ich nicht erkennen. Ernsthaft? Ich finde den Eingang nicht mehr. Oh Mann. Schreck, hilf mir. Ey, ist das dämlich. Ist das dämlich. Oh, schreck, hilf mir. Ist das dämlich. Weil du an jeder Scheiß-Fitzel-Ecke hängen bleibst, ey. Oh, ist das scheiße. Ach, das ist der Einkaufswagen gewesen. Ja, das ist scheiße. Du bist an dem Einkaufswagen mit Rollen bist du hängen geblieben. Ach Gott. Ach, komm schon. So rennt er raus. Er lebt noch. Gers, mach was. Gers. Ernsthaft? Dieses Spiel ist so hängen geblieben. Ja, ja. Das ist so. Da ist noch einer, ne? Oder? Ey, das ist nicht auch mal mit dem Kameran hängen bleiben. Könntest du es nicht hacken? Warum nützt du es nicht das RPK? Weil die Pisse gerade irgendwie so viel Damage macht, wenn ich. Ach, komm schon. Oh. Was denn das? Ist das eine Renetti? Ich weiß es gar nicht. Aber da gibt es doch die Taste zum Checken, ob das... was sie ist, oder? Warte. Welche Tasse waren das? Ach, ich weiß sie jetzt nicht. Ist das eine Renetti? Ist das eine coole Knabe? Ja, die schießt so ein Burst. Ja, mach die Renetti auch. Da ist wieder so ein Schiff, glaube ich. Da hat immer so einen schlaffen Laserpointer. RPG! Der steht da oben auf dem Gelände. Boah, was ist das für ne Knarre, ich will die auch haben. Sie ist gut. Also im Multiplayer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was? Komm, Heck. Heck, Heck. Ist die gut, ey. Er macht ein Nickerchen. Das macht alt. Ey, diese automatischen Pumpen, mit denen hätten sie niemals anfangen dürfen. Das ist ganz schlimm. Also im Multiplayer spielen die auch so viele. Ja, und ich glaube, das hier ist so ne Knarre, die die gerne in Akimbo spielen. Ja, also Pistolen sowieso auch. Ganz schlimm. Ich find's so schlimm, wenn Leute einfach so mit zwei Knarre auf dich zurennen. Also weg. Ja, aber generell, wie die mit den Pistolen umgehen. Die sind halt schneller und irgendwie aber auch so treffsicher und trotzdem auch stark. Das find ich halt so krass. Oh, scheiß drauf, ey, man. Ist nicht dein scheiß Ernst, ne? Guck mal, wo ich starte. Ja, geht, aber bin wir ja nicht ganz am Anfang. Also. Es tut mir leid, ich muss einfach auf die Tür. Ich muss mich aber kurz erleiden. Okay, okay. Ich versuche nicht drauf zu gehen. Oh, scheiße. Die letzte Worte. Ich hab Schrecks versprochen, nicht drauf zu gehen. Ich hab Schrecks versprochen, nicht drauf zu gehen. Ich hab's dann gleich fast freigeschleckt. Der hätt schon geschossen, bevor er mich gesehen hat. Was sich nutzt, wenn ich den heroARA Bioercasen Eingenn saw. Willst du die wärmantigen? Okay, ich hab's немножit davon Möglichkeiten. Ich hab's abattet. Du bist die Hände, oder? Ich hab's da probiert. Die Tablet kinder hat ja nicht. Okay, ich hab das Lebenすет. Das geschützt wird in der Kassenkappte. Wer hat das gehört? Geschütz ausgeschaltet. Feuer auf Obergeschoss konzentriert. Gehen nach oben! Ach, komm schon! Erst ich vorgehen muss, ey. Zum Ding. Zau, komm! Nehme die linke Seite. Ja, aber der Fall! Raketenwerfer, mehr, gestoppt! Hinterseite! Wir geben die Bucke rein! Raketenwerfer, Lennart! Rauch, halt! Noch ein Feind geschützt! Hinten im Raum! Oh, nice! Hast du herausgefunden, was gekocht wurde? Ja! Und? Warte, warte! Ich habe tatsächlich herausgefunden, was gekocht wurde. Beziehungsweise, wo ich weiß jetzt, woher der Geruch kommt. Der hat jemand so eine Art Texas-Pfanne gemacht oder so. Oh, schutzpasse. Oh, eine Texas-Pfanne. Weißt du, diese kleinen Hackfleisch-Stückchen mit... Kartoffelspalten, ne? Ich glaube, Kartoffelspalten, Karotten, Bohnen und so Sachen. Also sowas, da ist ein ganzer Topf voll. Fast recht ist bei Benetti. Und? Da ist noch echt viel übrig. Also ich weiß nicht... Das sind die wichtigen Informationen. Ich weiß nicht, wer, äh, wem dieses Essen gehört. Fuck! Ich weiß nicht, wem dieses Essen gehört, aber... Wie nutzlos diese NPCs einfach sind. Die treffen auch nichts. Ich könnte mir vorstellen... Gebe die linke Seite! Boah! Boah, Kamikaze! Ja, aber... Ey, ganz im Ernst. Wer ist denn Plautus? Ich kenn... Pilatus. Ne, warte. Pilatus. Pilatus. Pontius Pilatus. Ich kenn' Pontius Pilatus. Oder ist Plautus? Alter, ein Schuss. Ein fucking Schuss, ne? Ich komm' hier rein und da kommt der erste Schuss. Ja, aber ist das die... Ist das vielleicht das NG, das sich tritt? Das kann doch nicht sein, das ist... Das kann doch nicht sein, das ist doch... Linke Seite! Oh, komm mal ey. Da ist noch ne Holger. Ja, ich bin die Holger nicht. Ich bin das, was ich hier grad habe, ziemlich gut. Na, guck mal. Hier sind die. Hier oben sind welche. Schieß doch einfach drauf. Nein, mach die nicht. Ne, ne? Es ist so unglaublich. Aber schmeißt du doch ne Granate oben. Ich hab nichts mehr. Oh, du hast nichts mehr. Auch nicht die... Was ist das? Rauch. Rauch. Weg, 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 weg. Conny hat sich nach oben zurückgezogen. In Pubertät ist schwierig. Wenn Conny sich nach oben zurückzieht, kann alles passieren. Conny zieht sich zurück. So, da warst du schon an dieser Stelle. Ja, genau. Und dann kam die von links. Da rein. Alter. So. Kannst du dir nicht bei irgendeinem deiner Kameraden noch irgendwie was an Munition holen? Munition ist nicht das Problem, sondern... Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ja, guck mal, der steht da. Der steht da. Oh. Das ist so nervig mit der KI manchmal. Da liegt was auf dem Tisch. Äh, was zum Hacken. Aber ist das nicht Teil der Aufgabe? USB-Stick erlangt. Was drauf war, wurde ins Zugnetzwerk des Bahnhofs hochgeladen. Ein Trojaner. Conny hat Kontrolle über die Züge. Das wäre geil, wenn da jemand wirklich echt so anhand aller Aussagen davon irgendwie das macht. Der Tunnel ist 500 Fuß tief und 30 Meilen lang. Oh, will er jetzt hier den Ärmelkanal da, äh, sprengen, oder? Ja. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Mission Impossible jetzt? Auf dem Zug? Zugmission? Nee, 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 nee. So krass ist es doch auch nicht. Oh, schade. Das wäre mal was anderes gewesen. Mal wieder was. Ah, Zug kämpft. Es gab aber Call of Duty Ghosts, glaube ich, auch schon. Ja, aber das war ja eher so ein Güterzug und sonst sowieso. Ja, okay. Oder, äh, Call of Duty World at War, dieser Zug, der fünf Minuten lang entgleist ist. Was bedeutet das? Äh, Anton. Anton, check, Anton ist das. Das ist Anton. Achso. Achso, okay. Verstanden, schnapp ihn dir, John. Schnapp ihn dir, John. Schreck, das ist deine Aufgabe. Was, das ist meine Aufgabe? Ja, ich habe auch... Ich sehe dich da. Halbe Stunde habe ich noch. Du musst die Welt retten. Habe ich nur eine halbe Stunde Zeit für? Ja. Verdammt, ey, ich will das nicht. Ich sehe dich da. Ich will doch jetzt einfach nur entspannt in den Feierabend. Hui. Joa. Da ist schon Platten drin. Wir arbeiten an ihrer Firewall. Die Hackerin war gut. Habe ich kein Nachtsichtgeräte? Ja, so dunkel ist es nicht. Ja. Ja, schon dunkel, aber nicht so dumm. Und so stelle ich sie heller ein. Gehe ich überhaupt nicht in die richtige Richtung? Ja. Connie voraus. Ich sehe Connie nicht. Das ist Connie. Wo? Links von dir. Ein Stück weiter. Linken. Ja. Der zu Connie. Ich hab den nicht gesehen. Sechs an Watcher. Zugtunnel gesichert. Weiter zur Gleiskreuzung. Verstanden. Schlage vor, über die Lüftungspassage zur Gleiskreuzung zu gelangen. Okay. Geht klar. An alle Bravo. 07 hier. Stehe unter Beschuss. Connie hat Geiseln. Rettet sie sich. Suchst du hier noch einen geilen Akkubohrer? Britische Tunnel. Tunnel hier. Connie hat Geiseln. Connie hat Geiseln. Dies Buchkammer würde ich auch gerne mal sehen. Er hat doch das Makarov wäre da, weil er so allergisch gegen Blendgranaten ist. Stirbt ja recht. Jeder Blend. Schläft der oder was macht der da? Ziemlich tot. Aber der hat doch gezuckt oder habe ich das falsch gesehen? Guck mal, der zuckt. Wie ist das? Der bewegt sich da so ein bisschen. Das sind Funken. Die armen Arbeiter hier. Die sind einfach nur zu ihrem Job gegangen und haben sich gedacht, cool, heute mal Doppelschicht. Das sagt glaube ich keiner. Ja, aber besser als tot sein. Ja, das stimmt. Oh, das rutscht hier gerade runter. Komm, oh komm. Das war doch jetzt nicht... Das war doch ein Streifschuss. Das war doch jetzt... Wirklich, nicht so... So... Davon stirbt man nicht sofort. Nee, also ich hab den noch nicht getroffen. Vorsicht beim Feuer. Verstanden. Schön. Guck mal, da sind Platten. Sichere die Geist. Keine Verlust. Bringt sie in Sicherheit. Guck mal, lieber nach Westen, ne? Wir kümmern uns um sie. Ja, West nach hinten. Aber da sind viele Platten. Wir sind jetzt an der Gleiskreuzung. Und ne Krapi. Das ist Makarovs letzte bekannte Position, Sex. Aufpassen. Tada. Makarov könnte hinter diesen Türen sein. Aber... Was... Meinst du, ich brauche den... Den Granatwerfer? Ich denke schon. Ja. Mehr als diese hier? Eine davon kannst du jetzt runterlassen. Wir warten auf dich, Käpt'n. Nur sechs Schuss. Dann kannst du wieder zurück und dann die Waffe wechseln. Nachdem du die benutzt hast. Ja. Wo muss ich drücken? Oh, Knopfdrang. Audio. Da. Drücke vor. Vorstoßen. Feuer frei. Das kann nur eine Platte aussehen. Wo häng ich hier? Ja. Den habe ich, oder? Mhm. Ich lege. Schöne! Das müsste es gewesen sein, oder? Oh, ne. Oh, da kommt da was. Holy shit, holy shit, holy shit. Alter. Alter, hast du gesehen, wie oft ich auf den geschossen habe? Ja, ne Platte. Ach, das ist ein Geschütz. Das ist ein Geschütz, deswegen. Alter, wie der einfach durchkommt. Das ist noch einer. Hinter ihm. Ach, schon, hast keine Platten mehr. Da kommt der einfach zurück. Rechts vor dir, rechts vor dir, rechts vor dir. Das ist das Geschütz. Das Geschütz schießt immer noch. Ach, der ist das dumme Geschütz. Das ist aber nett. Ja, das geht. Das kann man so mal machen. Ja, nice. Das ist hier auch das, das, ähm, das ist kein Sturmgewehr hier. Das ist ein MP, äh, ein G, oder? Das, was du hast? Ja. Nee. Platte, platte, platte. Ey, Alter. Der steht einfach neben dir. Warum steht der denn da? Das Schlimme ist, der Kamerad macht ja nichts. Wir haben es gleich an, John. Ja, ja, ja. Geh, geh, geh. Ja, schön. Scheiße. Da, 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 direkt vor dir. Wir machen Fortschritt. Los, Gäst. Platte, Platte. Wie ist eure Position? Rücken wie im Bahntunnel vor. Hier sind verletzte Zivilisten. Der zweiten Mangel ist auf. Verstanden. Wir rücken vor. Wie kann es sein, dass sie einfach so durchspazieren? Wozu seid ihr überhaupt da? Ey. Alter, ey. Ey, ganz, ganz, wozu hast du diese NPC-Kameraden? Wenn die einfach nicht auf die schießen? Fällt mir nichts mehr zu ein, ey. Jetzt kommt ein Angebot hier unten! Nichts Wasser! Die sind jetzt auf Selbstmissionen unterwegs oder was? Alter! Klatschen! Nachladen! Nachladen! Hinter dir, hinter dir! Aber das war doch hoffentlich schon ein Kontrollpunkt, oder? Ja, war schon ein Kontrollpunkt. Was? War keiner. Ach fuck you ey, komm! Schütz zerstört! Platte und auffassen, jetzt können die von der Seite kommen. Komm näher! Jetzt! Ja, so habt ihr auch angeschätzt, die Typen. Nachladen im Sterben. Wir machen Fortschritt! Ghost, Gas, Truppenkontakt! Wie ist eure Position? Jetzt nicht auf die Gleisen. Ne, da muss noch einer sein. Verstanden! Wir rücken vor. Makarov muss in der Nähe sein. Links von dir. Mehr Conny voraus, Captain! Ja. Kein Glück. War aber gut. War aber hier noch ein Speicherpunkt davor. Aber muss ich jetzt hier lang? Ja, ja, musst du. Oder kann ich auch hier oben lang? Kannst ja ausprobieren. Jetzt gehen wir vorbei. Ja. Juggernaut. Juggernaut. Fucking Juggernaut. Was ist denn? Ja. Ein Juggernaut zerstört. Der größer sie sind. Der größer sie sind. Schön. Das ging fix mit dem Juggernaut. Gott sei Dank. Pass auf, pass auf. Bahn kommt. Da ist ja noch einer. Geht. Ah. Ooooh! Pfff. Oh. aber jetzt mal ehrlich Hätte der Juggernaut jetzt auch vom Zug überfahren werden können? Ja So, wie viele kommen dann noch? Ich würde hier gerne mal raus aus der Ecke Ja, ich glaube kannst raus Ich weiß nicht, dass ich den nächsten Zug habe Kommt jetzt hier nochmal ein Zug Ja, ja, kommt gleich, kommt gleich Ich wünsche den Hamburg-Würden die auch kommen Das ist keine Deckung, Mann Er braucht Deckung, wenn er schießen kann Ja, gut Veränder, veränder Ja, okay, das war jetzt auch wieder Der Sprüche macht verliert Der Lachter stirbt Oh, wie verfickt langsam der ist, ey Ist das ein Gegner? Nein, nein, nein Rollpunkt Dann gehen sie, bevor die ankommen Jetzt wird's eklig, Mann Nein, 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 das sind unsere Das sind unsere, das sind unsere Das sind unsere Lade nach, lade nach Und jetzt ganz ruhig, Mann Jetzt ganz ruhig Geh, guck dann, ob da Platten sind Da haben wir alles ein, was du findest Das ist die Bombe vorne Ist hier nichts mehr, oder? Ist nichts mehr, jetzt geht's zur Bombe Das Ding hier? Nein, hinter dir Roger, komme zu dir Da Was soll ich jetzt machen? Erst erstmal alle Ich muss ihm helfen? Ja, aber erstmal muss sie dir Ja, ich komm doch Auf der rechten Seite Auf der rechten Seite Von ihm, ja, genau So, jetzt mach ich eine Darmspiegelung mit dem Ding, oder was? Ja Geh noch rum Was ist das? Ähm, wer? Das Logo auf der Platine Das Logo ist dein Bär Verstanden Bär Durchtrennenden Draht Okay Das hat uns etwas Zeit verschafft Preis Achtung Makarov ist im Tunnel Er kommt in eure Richtung So Hast du das gehört? Bestätigt Ich lasse die Bombe nicht los, Captain Da! Bin getroffen So! Geh noch ein Schlag Los! Lass mich die hoch, Captain Geh bitte du her Ja Du musst die ganze Zeit Bombe defusen Abwehren Bombe defusen Abwehren Ja, ey, komm Lass mich doch mal hier am Warum hab ich jetzt hier mit dem? Aber jetzt hab ich schon eine, eine geschafft? Eine, eine Phase hast du jetzt geschafft Okay Ich muss eine Deckung geben Stop! Die Waffe im Anschlag Wenn ich maut, darf ich hinten hoch, Captain Gib die Deckung Bravo! Wir brauchen hier Sperrfeuer Jetzt! Halt lieber erstmal nach bevor du die Bombe Halt lieber erstmal nach bevor du die Bombe Okay Okay 07 an 6 Wir sind gleich durch Kommt her Was jetzt zum? Binde die Sprengkapsel Untere linke Ecke Verstanden Sprengkapsel An C4 angebracht Hi Da ist eine Seriennummer drauf Was ist die dritte Ziffer? 1 5 6 9 9 9 9 Wann hättest du es verkehrt gemacht? 2 Zünder Wir müssen beide gleichzeitig trennen Der rote Draht Okay erstmal weiter kämpfen Warte Ah So Sie gehen von mir Schau mal vor Nimm das mit in die Hölle, Captain Begrabe den Feind niemals lebendig 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 10 4 5 5 5 7 7 11 11 11 11 12 12 12 4 5 11 12 16 12 18 15 15 15 23 24 21 22 22 Ja, warum das Schwärzen? Für wen ist das wichtig? Ja, vor allem Digital-Schwärzen. Finde ich ganz merkwürdig. War's das? Sind wir jetzt durch? Wir sind durch. Das war alles. Das war alles. Ach komm. Ja, also wenn wir die Kampagne jetzt in einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gespielt hätten, würde es noch schneller gehen. Aber Makarov ist immer noch weg. Also er ist schon wieder entkommen. Ja, ja. Modern Warfare 4 halt. Wer wagt, gewinnt. Schlauversand, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. Ach, Ghost, Alter. Ah, jetzt verstehe ich auch, woher Kuros Idee kam. Ah, ja, okay. Wir hätten uns auch so eine Klippe treffen sollen. Wo hättest du hier so eine Klippe gefunden? Schön im Green. Wir wären mal an den Hafen gegangen. That's it jetzt, oder was? Oder kommt jetzt noch mal so ein kleiner Appetizer für... Ne. Ah, es kommt noch ein Appetizer. Es kommt noch ein Appetizer. Ja? Ja. Krass, Alter. Wir haben's durch. Das war wieder eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Also, Black Ops, äh, Golf War war das, was geliebt wurde, glaube ich. Ich glaube, das kann gleich ganz gut werden, storymäßig, weil ich fand auch das letzte Black Ops Cold War story technisch auch wieder interessant und gut. Vor allem, ähm, wenn's jetzt wirklich Golfkrieg heißt, dann würde es ja eigentlich bedeuten, dass wir fast nur in einer Region sind, beziehungsweise das Setting relativ, also schon so ein bisschen eingegrenzt ist. Ich meine, man kann auch in Großstädten, was weiß ich, wenn sie jetzt irgendwie sowas so eine Entsprechung finden, oder meinst du, die sagen wirklich, wir marschieren in Bagdad ein? Das könnte doch eigentlich echt Stress geben, wenn du das rausbringst und das kriegen dann irgendwelche Leute mit, die halt in dem Land leben. Naja, das hattest du auch damals mit Command & Conquer Generals gab. Da gab's ja auch einige Schlachten, sogar die erste USA-Mission, wo du in Bagdad da mit Panzern einmarschiert bist und zwei Monate später ist dann der Irak-Krieg ausgebrochen und dann wurde das Spiel indiziert. Ja, das meine ich, weißt du, also, ich glaub, sowas ... Hier haben sie natürlich fiktive Nationen, ne? Ur-Sigstan gibt's natürlich nicht. Und Al-Katala gibt's natürlich auch nicht. Genau, das sind die ganzen Terrororganisationen, die es nicht gibt. Aber, ja. Ich finde, es ist leider auch ein bisschen zu nah dran, als jetzt der Kalte Krieg. Ja. Wenn du sagst, okay, ey ... Ja gut, aber ich meine, selbst Afghanistan wäre noch eigentlich zu nah dran. Ist auch zu nah dran. Deswegen haben die's ja auch nicht. Also, das erste Black Ops, das erschienen ist, ne? Das ist ja 2010 erschienen, glaub ich. Ja, ist der Vietnamkrieg wahrscheinlich schon 30 Jahre gewesen? Noch nicht. Ne. Ja schon, doch mehr als 30 Jahre, aber trotzdem. Aber Pazifik, warum gehen sie nicht nochmal in den Pazifik? Ey, holt mir Korea. Ja, genau. Wird nie behandelt. Ja, wahrscheinlich wegen Alliierten und so, ne? Also wegen Bündnis. Ja, trotzdem, ne? Also, man geht ja nicht gegen die Südkoreaner, sondern gegen die Nordkoreaner. Und ich glaube nicht, dass Kim Jong-Un sagt, ey, das Spiel wird hier nicht in Nordkorea erscheinen. John. General. Wer hat sie eingelassen? Eine Freundin. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten. Waren wir beide. In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch Sie haben Leichen im Keller, John. Das werden Sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor Ihnen. Oder irgendwen sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos. Kurz 15. Frage ist jetzt halt, ne? Also, ja. Es kommt ein viertes. Modern Warfare 4, oder? Es entwickelt sich zu Rogue Wars. Keine Ahnung, weil jetzt Captain Price ja doch so ein bisschen die... Der Abtrünnige ist. Der Abtrünnige ist mit seiner Truppe. Aber ich glaube schon, dass Modern Warfare 4 sein wird. Aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Also, ich hoffe, die lassen sich dann wieder Zeit. Im Gegensatz jetzt zu Modern Warfare 3. Ey, wenn sie konsequent sind. Und wenn sie sagen, die sind alle jetzt tot. Ja. Und jetzt kommt irgendwas Neues. Ich meine, Makarov ist immer noch nicht geschnappt. Okay, den kann man noch als Endgegner wieder irgendwie installieren. Klar. Aber wenn die jetzt alle raus sind und jetzt holen sie neue Leute dazu oder so, dann fände ich's immerhin, immerhin ein bisschen konsequent und ein bisschen sinnig. Ja, klar. Also, die haben ja noch... Als Fortsetzungsgeschichte so. Die haben ja noch Charaktere aus Modern Warfare 3, die sie noch nicht drin hatten. Sandman, Briggs. Was weiß ich. Die ganzen Charaktere. Ja, gut. Dann würde ich sagen, let's call it a day. Call it a day. Call it off duty. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch den Driss hier mit uns gegeben habt. Ich muss allerdings sagen, wir hatten's schon härter. Wir hatten's schon härter gehabt. Aber, hey, komm. Es ist, wie gesagt, es ist ein halbgares Call of Duty. Ja, deswegen passt das halt auch irgendwie. Kein richtiges Spiel. Ja, schon, aber leider viel zu schnell rausgehauen und lieblos zu den Markt gebracht. Deswegen, man merkt halt einfach, die Entwickler, die mussten es leider schnell raushauen. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es fühlt sich nicht wie ein richtiges Spiel an. Nee, nee, es fehlt so viel, es wirkt einfach so schnell rausgehauen. Aber jetzt stell dir mal vor, das heißt, die hätten auch im DLC eigentlich Soap um die Ecke gebracht. Also, du hättest kein richtiges Spiel gehabt, in dem Soap quasi das Zeitliche segnet, sondern es wäre in einem DLC gewesen. Schon auch ein bisschen unwürdig, oder? Finde ich schon. Also, die hätten als letzte Mission hier den Luftangriff genommen. Ja, ja. Und dann sagen sie, okay, das ist ein DLC, deswegen endet es so auf diese Art und Weise. Und dann ist die allererste Mission in Modern Warfare 4, Soap geht drauf. Das wäre natürlich geil. Dann hättest du so einen richtigen Einstieg, wo du dir denkst, okay, jetzt verstehe ich, warum die sauer sind. So, oder keine Ahnung. Jetzt, bis zum nächsten Spiel, hast du es doch wieder vergessen. Ja. Leider. Naja. Aber ich hoffe, ihr vergesst uns nicht. Ihr lasst hoffentlich ein paar nette Kommentare da. Und, weiß nicht, auch mal einen Daumen oder, keine Ahnung, auf die Daumen, auf die Glocke drücken, ein Abo. Rocket Beans Supporters Club. Genau, Rocket Beans Supporters Club. Wäre auch cool. Oder guckt bei Kino Plus oder bei Bonusliga demnächst auch vorbei und so weiter und so fort. Vielen Dank, Wirt. Danke dir. Vielen Dank euch draußen. Und, ja, bis zum nächsten Mal, wenn die Pflicht wieder ruft. Tschüss. 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 Tschüss.